Die Industrialisierung, Mobilitätseinschränkungen, CO2-Überwachungsstaat. Wohin führt uns die Klimahysterie? Über dieses Thema werde ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Der Historiker Dr. Holger Thuss ist Präsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie, der die These vom menschengemachten Klimawandel grundsätzlich in Frage stellt. Er ist überzeugt davon, dass ausschließlich die Natur für globale Klimaveränderungen verantwortlich ist. Der Meteorologe Thomas Globig beschäftigt sich seit einem halben Jahrhundert mit seinem Fach, vor allem mit dem Bereich des Mess- und Beobachtungswesens. Er sagt, die Menschheit kann Veränderungen des irdischen Klimas nicht stoppen, sie kann sich nur anpassen. Umweltschutz statt Klimaschutz. Der Ökonom Dr. Eike Hamer von Valtier ist Vorstand im Mittelstandsinstitut Niedersachsen und Herausgeber von Wirtschaft Aktuell, dem renommierten Informationsbrief über Hintergründe von Politik und Wirtschaft. Er sagt zu den Hintergründen der Klimahysterie, es geht wie immer um Macht und Geld. Die Auf1-Journalistin Cornelia Kirchweger beobachtet die internationale Klimawandel-Propaganda seit Jahren kritisch und fordert Klimaschutz mit Hausverstand. Mein Name ist Dietmar Heuritsch und ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten großen Lagebesprechung Auf1, die eine echte Premiere darstellt. Denn erstmals sind wir hier mit einem neuen Sendekonzept in unserem neuen Studium. Vor kurzem verkündete UN-Generalsekretär Guterresch, die Ära der globalen Erwärmung ist vorüber, die Ära des globalen Kochens ist angebrochen. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat das Privileg, am schönen Traunsee zu leben. Daher meine Frage an dich, liebe Cornelia. Kocht der Traunsee schon? Wie nimmst du das wahr? Er kocht noch nicht. Im Gegenteil, er hat ziemlich abgekühlt, seit der Herbst eingetreten ist. Die Nächte sind kühl und man kann auch schwimmen. Er hat also immer noch 20 Grad. Das ist ganz schön. So kalt wie er vor 17.000 Jahren war, ist er nicht mehr, weil dort gab es nämlich einen Gletscher in unserer Salzkammergutseenregion. Und das, was wir jetzt an Seen dort haben, ist das Überbleibsel dieser Gletscherperiode. Dasselbe gilt auch für die Seenregion im Salzburgischen. Also ja, ich glaube auch, dass es wärmer geworden ist in den letzten Jahren. Das Klima wandelt sich immer. Damit müssen wir leben, anpassen. Aber eine Hysterie, wie sie zurzeit hochgetrieben wird, ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Herr Dr. Hammer, Sie hatten eine weite Anreise aus Niedersachsen und Niedersachsen ist ja nicht gerade der Inbegriff für Schönwetter. Wie war der Sommer bei Ihnen im Norden? Ist die Nordsee bereits die neue Adria? Nein, also die Nordsee ist natürlich nicht die neue Adria. Es ist nach wie vor ein Gewässer, das für Hartgesottenere zum Baden einlädt. Mit weit unter 20 Grad Wassertemperatur. Aber was man schon sagen kann, ist, es war sicherlich ein schöner Sommer dieser Sommer, aber nicht ganz so heiß wie in dem vergangenen. Und ich kann mich auch an Sommer erinnern, die für uns noch unangenehmer waren in Niedersachsen. Obwohl wir, weil das Wetter eben an sich nicht so schön ist bei uns, uns um jeden Sonnentag eigentlich freuen. So viel zum Thema Erhitzung und die See kocht. Das große Thema des Sommers war zweifellos die Hitze. Von Systemmedien und Systempolitikern wurde eine regelrechte Hitzehysterie entfacht. So twitterte Karl Lauterbach etwa, der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Der SPD-Gesundheitsminister stellte mühelos von Corona-Panik auf Klimapanik um und ließ einen Hitzeschutzplan erstellen. Dazu hat unser Kollege Martin Müller-Mertens am Tag des kalendarischen Sommerbeginns einen nicht alltäglichen Beitrag gemacht und diesen Beitrag möchte ich Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten. Sommer, Sonne, 35 Grad. Also irgendwie anders als heute. Und was macht da der Berliner? Ins Freibad zu gehen ist keine gute Idee, denn da warten mittlerweile vielfältige Fäuste. Aber es gibt ja noch einen anderen Ort. Denn nicht nur hier am Wannsee könnten schon bald solche Absperrgitter den Weg versperren, denn wenn es richtig schönes Wetter wird, wartet der Hitze-Lockdown. Alles nur böse Fake News und ein Fall für Faktenchecker? Abwarten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach arbeitet jedenfalls nach der Corona-Diktatur bereits am nächsten Plan zur Rettung der Menschheit. Diesmal vor dem gefährlichen Sommer. Nun schützen vor schweren Verläufen von Jahreszeiten keine Impfungen. Wobei wer weiß, was an irgendeiner Goldgrube bereits zusammengepanscht wird. Aber bis dahin bleibt das bewährte Social Distancing. Natürlich hat Lauterbach das so nicht gesagt. Aber nach eigener Darstellung orientiert er sich an den Hitzeplänen Frankreichs. Und die sehen einen Hitze-Lockdown ausdrücklich vor. Jedenfalls Verbote von Kultur- und Sportveranstaltungen. Und ältere Menschen sollen künftig mit behördlichen Anrufen gemaßregelt werden, ob sie auch ausreichend getrunken haben. Und wer weiß, vielleicht kann man die Auffrischungsgetränke künftig auch in einer entsprechenden App nachweisen. Und den Drohungen Lauterbachs voraus ging übrigens eine konzertiert wirkende Aktion sogenannter Experten, also der Wissenschaft. Besonders hervorgetan hat sich dabei der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, mit folgenden Worten. Wir brauchen klare aufeinander abgestimmte Verantwortlichkeiten auf allen Entscheidungsebenen in Bund, Ländern und Kommunen, aber auch in Gesundheitseinrichtungen, Kitas, Schulen und Unternehmen. Und wenn Ihnen der Name des Funktionärs irgendwie bekannt vorkommt, genau, es ist jeder Klaus Reinhardt, der einst, Zitat, Lockdown-Maßnahmen für Ungeimpfte forderte. Versammelt hat sich die Wissenschaft dieses Mal nicht im Robert-Koch-Institut, sondern in der Allianz Klimawandel und Gesundheit. Finanziert wird diese Allianz übrigens von der European Climate Foundation. Diese wiederum ist Partner der Agora-Energiewende, aus der Ex-Staatssekretär Greichen stammt. Und damit kommen wir dem eigentlichen Sinn der Sache ein ganzes Stück näher. Denn natürlich geht es hier nicht um das weinende Schwesterchen vom Wannsee, sondern um die Vorbereitung eines Klima-Lockdowns. Also kontrollieren, drangsalieren und einschränken von Grundrechten. Und am besten lässt sich der Bürger immer noch an die Kette legen. Mit Hysterie und Todesangst hat während der Pandemie ja auch ganz gut geklappt. Aber trotz allem gibt es auch eine gute Nachricht. Sonne über Berlin. Und was machen wir jetzt? Pack die Badehose ein, nimm deine kleine Schwester rein. Und dann nüscht wie den Ausstrahlmann sie. Ja, wir laden wieder mit. Herr Klubik, jetzt haben wir einen eher bescheidenen Sommer. Es war auch noch kein Anlass für Hitze-Lockdowns. Dennoch werden die Menschen ständig in Panik versetzt mit Meldungen über Rekordtemperaturen irgendwo auf der Welt. Wie beurteilen Sie das als Meteorologe? Es ist eigentlich eine ganz normale Geschichte, dass auf der Erde Rekordtemperaturen erreicht werden, weil das Wetter ändert sich und das Klima ändert sich auch ständig. Und diese Rekordtemperaturen, die passieren mal hier, mal da. Und Rekordtemperaturen bedeutet nicht immer nach oben, sondern eben auch nach unten. Und es gab auch in diesem Jahr Rekordtemperaturen im Minusbereich. Das heißt Kälte-Rekorde. Auf der Nordhalbkugel ist immer noch so ein bisschen Sommer. Der Herbst kommt ran. Auf der Südhalbkugel ist es andersrum. Da war Winter und da war es bitterkalt. Und da sind gegengegen getroffen worden von Kälte, die das eigentlich gar nicht so erwartet haben. Und da gibt es natürlich Rekordtemperaturen. Aber Temperaturen im positiven, also im Hitzebereich, die gibt es auch immer wieder. Und natürlich besonders dort, wo die Wüsten besonders nahe sind. Verstehe. Können Sie unseren Zuschauern grundsätzlich einmal erklären, was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Das wird ja gerne vermischt. Ja, das wird sehr gerne vermischt, weil da sind natürlich entscheidende Unterschiede. Das, was heutzutage als Klima bezeichnet wird, ist ja im Prinzip ein Mittelwert des Wetters. Und da hat man ja so festgelegt, das Mittel des Wetters über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das kann man auch noch verlängern. 50 Jahre, 100 Jahre und so weiter. Alles möglich. Aber man hat sich auf 30 Jahre festgelegt. Und das ist im Prinzip der Mittelwert des Wetters an einem und demselben Ort. Jeder Ort in Deutschland, in Österreich oder wo auch immer, hat seinen eigenen Mittelwert des Wetters, sprich eigenes Klima. Und das verändert sich natürlich mal ins Negative, mal wird es kühler, mal wird es nasser und so weiter. Also die Spannbreite des Mittelwerts des Wetters, ich sage es mal mit Absicht, um nicht immer das Klima zu nennen, ist wirklich riesig. Es hat ja in den 70er Jahren schon Überschriften in den großen Zeitungen gegeben. 40 Grad im Schatten, das Wetter bringt uns um. Da gibt es von der Bild-Zeitung, von der Kronen-Zeitung Artikel. Ja, man muss da weit zurückgehen. Man kann nicht nur 70er Jahre, man kann zum Anfang des 20. Jahrhunderts gehen. Da gab es in Deutschland Temperaturen, ich glaube 1911 war das 38 Grad und mehr. Da hat sich keiner Gedanken gemacht über einen Hitze-Lockdown oder ähnliches. Also man sieht, die hohen Temperaturen gab es schon immer. Vielleicht werden sie ein bisschen häufiger, können wir nachher nochmal diskutieren. Aus verschiedenen Gründen, weil das ganze Ding ist ja ein Riesenkomplex und nicht nur geschuldet einen erhöhten CO2-Gehalt der Luft und ähnlichen. Wie kommen so Messungen zustande, wenn man in den Medien erfährt, es hat 48 Grad in Südeuropa? Sind das Tatsachen? Wird hier manipuliert? Wie sehen Sie das? Ja, es gibt Wetterstationen natürlich und diese Wetterstationen haben unterschiedliche Standorte. Aber ich komme nochmal auf dieses spezielle 48 Grad in Südeuropa. Sizilien sollte es sein, das war ja in Vorbereitung einer Satelliten-Observation. Das heißt, Satelliten messen ja auch vom Weltraum die Temperatur. Aber jetzt kommt dieser kleine Casus Knacktus. Nämlich, wir Meteorologen messen ja an den Wetterstationen in zwei Meter Höhe über Boden. Der Satellit guckt aber von oben irgendwo auf den Boden. Und da kann er natürlich nicht unterscheiden, ist das zwei Meter oder ist das der Boden. Und wenn sich der Boden stark erhitzt, weil die Sonne drauf knallt, dann sind da schnell 48 Grad, während in zwei Meter Höhe vielleicht nur 43 Grad sind. Verstehe. Das ist sehr interessant. Vielen Dank. Herr Dr. Tuss, in den letzten Jahren wurde uns eingetrichtert, dass der angeblich menschengemachte Klimawandel eine unumstößliche Tatsache sei, die kein vernünftiger Mensch bestreite. Dabei berufen sich Systemjournalisten und natürlich die Systempolitiker unisono immer auf die Wissenschaft. Sind tatsächlich 99,9 Prozent aller Wissenschaftler in Sachen Klima einer Meinung? Oder gibt es auch da abweichende Stimmen, die wie im Fall Corona einfach ignoriert wurden? Genau. Es gibt sehr viele Stimmen, die ignoriert wurden. Es gibt ja auch sehr viele Appelle, dass diese Klimawissenschaft ganz anders abläuft, als dass sie in Medien immer dargestellt wird. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade im Moment von der internationalen Organisation Klintel so einen Appell. Und den haben bis jetzt 1600 Professionelle und Klimawissenschaftler unterschrieben. Und diese beiden Studien, auf die man sich da immer bezieht, die eine ist mit Vorsicht zu genießen von einem Australier namens Cook. Und die ist unter Mithilfe von Greenpeace-Aktivisten entstanden. Und die andere, die mit den 99 Prozent, da ist es dann so, dass es da nicht um 99 Prozent der Wissenschaftler geht, sondern um 99 Prozent der ausgewählten Studien. Und so ein prominenter Klimaforscher wie Professor Schellenhofer selbst, der hat gesagt, dass die schärfste Kritik an der herrschenden Klimapolitik immer von Kollegen, Zitat, Kollegen benachbauter Fächer ausgeht. Das heißt, man erreicht diese 99 Prozent, indem man den Kreis der Befragten oder den Kreis der untersuchten Studien sehr stark einschränkt. Und auch sonst, da können wir sicher auch heute nicht darauf eingehen, haben diese Studien, auf die da immer wieder Bezug genommen wird, ganz schwere methodologische Menge. Und als letzter Punkt müsste man natürlich auch sagen, dass jeder Wissenschaftler, der insgeheim eine andere Meinung vertritt, natürlich auch das Risiko eingeht, wenn er sie äußert, dass er seinen Job verliert. Und es ist schwer, dann wieder eine adäquate Anstellung zu finden in der Wissenschaft. Also diese Vollzeitstellen sind natürlich sehr, sehr spärlich gesät. Verstehe ich das richtig? Bei diesen Studien werden auch Studien von Nicht-Naturwissenschaftlern herangezogen? Von Soziologen oder Genderwissenschaftlern? Nein, nein, nein. Man wählt einfach die passenden Klimastudien aus. Und es gibt da auch ein paar Untersuchungen von Skeptikerseite, wo dann gezeigt wird, wie zum Beispiel, also es geht ja dann auch immer um die Peer Review, ob die korrekt gewesen ist oder so. Das ist also so ein Begutachtungsverfahren bei wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und da gibt es dann auch von uns so eine große Untersuchung, wo man zeigen kann, dass es da eben Netzwerke gibt, die eben eine Definitionshoheit für sich beanspruchen, ob eine Studie wissenschaftlich ist oder nicht. Und auch so könnte dann auch mit gesundem Menschenverstand kommen, komplexe Themen, die mit 99 Prozent Zustimmung oder Ablehnung behandelt werden, da kann ja sowieso irgendwas nicht stimmen, egal was irgendeine Studie sagt. Bekanntlich ändert sich das Klima auf diesem Planeten ja seit jeher und ist nichts Statisches. Worauf passiert nun eigentlich diese Behauptung, dass der Mensch für die Erwärmung der Erdatmosphäre im 20. und 21. Jahrhundert verantwortlich sei? Und was ist am CO2, das ja für das Pflanzenwachstum notwendig und unerlässlich ist, was soll daran schädlich sein? Also die These, seine Hypothese, die geht dahin, dass mehr CO2 mehr Wärme bedeutet. Und dann hat man diesen Treibhauseffekt, da geht es ausschließlich um CO2. Das ist schon die erste Manipulation, denn unsere Erde ist ja eigentlich kein Treibhaus. Also wir haben in der deutschen Sprache eigentlich nicht mal das Wort Treibhaus, wir haben eigentlich das Wort Gewächshaus. Ja, und wenn man Gewächshaus, also wenn man einfach mal die Sprache sich anschaut, da merkt man schon, da ist eine Theologie im Spiel. So, und dann ein anderer wichtiger Punkt, also das Thema ist sehr umfassend, wie diese ganzen Themen, die wir heute besprechen. Der eigentliche Treibhauseffekt, der kommt vom Wasserdampf, also von den Wolken. Das wird aber nicht gemacht, weil natürlich Wasserdampf kann man politisch nicht regulieren, Kohlendioxid schon. Man muss ja wissen, dass Kohlendioxid schon allein deshalb nicht der alleinige Schuldige sein kann, weil es ja nur zu 0,04 Prozent in der Atmosphäre vorkommt. Ja. Und hat sich dieser Anteil tatsächlich verändert in den letzten 100 Jahren? Also das, wie soll man sagen, also der Anteil hat sich natürlich schon verändert, allerdings ist das minimal. Und auch da muss man sagen, der Wert, der in den Medien zitiert wird, der kommt ja von einem Messnetz, das auf dem Mauna Loa steht, der wiederum ein Vulkan ist. Und das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, haben die dort von dem Observatorium gesagt, dass sie das vulkanische Signal herausrechnen. Das heißt, als Hypothese und als Forschungsgebiet alles wunderbar. Aber meiner Meinung nach ist es ja was ganz anderes, wenn ich eine globale Klimapolitik auf eine Hypothese aufbaue. Also man muss ja auch überlegen, wie man Aussagen gewichten soll. Und dann ist das Problem noch bei diesem einen Observatorium, auf das ich, wie gesagt, das ist sozusagen der Goldstandard, dass das erst so 1950 losging. Und dann eben zu sagen, seit Beginn der Industrialisierung steht dann schon ein bisschen auf wackeligen Beinen. Und noch ein Argument, was man natürlich auch diskutieren könnte, ist, wann ist überhaupt der Beginn der Industrialisierung? Ist das dann schon die Dampfmaschine? Ist das dann die Eisenbahn? Und wie ist das eigentlich in der Zeit gewesen, dass die Menschen einfach so irgendwas verbrannt haben? Also es ist ja, Kohlendioxid entsteht bei der Verbrennung von Holz, Kohle und so weiter. Die Menschheit hat seit seinem Beginn ihrer Existenz sehr viel verbrannt, sage ich jetzt mal ganz platt. Und daran an diesen ganzen Details kann man schon sehen, dass das alles gar nicht so eindeutig ist. Tatsache ist, dass zumindest in den letzten 2000 Jahren, wo es Belege und Aufzeichnungen gibt seit der Antike, Phasen gegeben hat, wo es wesentlich wärmer war als heute. Genau. Also es gab eben Schwankungen von Kohlendioxid, genauso wie es Temperaturschwankungen gab. Wobei ich jetzt auch gleich dem entgegenhalten muss, es gibt eben keine so guten Aufzeichnungen. Die Messdaten kommen eben aus Messstationen. Das Messnetz ist absolut ungleichmäßig verteilt. Messstationen sind auch kaputt. Wir haben auch in Europa zwei Weltkriege gehabt. Da war auch nicht die Priorität, früh um sechste Temperatur abzulesen. Und Sie können sich auch im Internet bestimmte Webseiten anschauen. Selbst der deutsche Wetterdienst ist mal erwischt worden, dass er Stationen an Stellen aufgebaut hat. Zum Beispiel in der Innenstadt von Freiburg, was er nach seinen eigenen Regularen hätte gar nicht machen dürfen. Und natürlich in der heutigen Zeit, ich billige denen das auch zu, man kann heutzutage auch nicht einfach so eine teure Messstation irgendwo hinstellen. Es gibt ja Vandalismus, da wird dran rummontiert und so weiter und so fort. Also das ist auch alles nicht so einfach. Meine Kritik richtet sich auch dagegen, dass es immer so präsentiert wird, als wäre das super einfach. Wir messen irgendwelche Temperaturen und alles ist global und objektiv. Also so ist es eindeutig nicht. Und da haben wir noch gar nicht über die Messung von Temperaturen im Meer, also über dem Meer gesprochen. Und was Messstationen auf der Südhalbkugel angeht, da sieht es auch ziemlich mau aus. Also die gehen auch überhaupt nicht weit zurück. Und wie wir alle wissen, besteht ja unser Planet aus zwei Halbkugeln. Zusammenfassend kann ich sagen, Sie zweifeln die methodische Korrektheit an dieser ganzen Studien, auf denen ja derartig schwerwiegende Entscheidungen dann getroffen werden. Genau, aber man soll das nicht missverstehen, dass ich jetzt sage, dass die Wissenschaftler alle blöd sind oder so. Sondern der Punkt ist einfach, dass es wirklich einen Unterschied gibt, ob ich jetzt ergebnisoffen forsche und Hypothesen formuliere und auch Studien mache nach bestem Wissen und Gewissen oder ob ich mich als Politiker hinstelle und sage, das ist so, ja, monokassale Ursache, CO2, menschliches CO2 macht Erwärmung und deswegen müssen wir jetzt ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einführen. Also das ist eine Simplifizierung einer überkomplexen, chaotischen Sache und dagegen muss man sich aussprechen. Ich kritisiere überhaupt nicht die Art der meisten Wissenschaftler, wobei es da auch eine Menge schwarzer Schafe gibt, muss man natürlich auch ganz offen sagen. Hochinteressant. Cornelia Kirchwege, du hast einen offenen Brief an Greta Thunberg geschrieben. Der ist zum meistgelesenen Beitrag in den sozialen Medien, hat sich der entwickelt. Warum ist es so, dass es praktisch keine öffentliche Debatte über die Sinnhaftigkeit der sogenannten Klimaschutzmaßnahmen gibt? Wer schürt diese Klimahysterie? Wer profitiert deiner Ansicht nach davon? Naja, weil es nicht um den Klimaschutz geht. Das Ganze ist ein Projekt, ich sage es einmal salopp, ein Abzockeprojekt, mit dem man sehr viel Geld machen kann. Und wir in Österreich haben da noch einen schönen Begriff, der nennt sich die eierlegende Wollmilchsauf. Und dazu zähle ich auch diesen Klimahype, weil ich kann damit nicht nur Geld und Steuern abzocken. Ich kann damit auch die Bevölkerung kontrollieren und zwar ins Kleinste. Ich kann damit Ressourcen verteilen. Ich kann festlegen, was jemand wann wie essen darf. Das ist alles möglich heute in einer digitalisierten Welt. Und die Greta, sie war ja sehr engagiert. Sie hat das vielleicht auch alles ernst gemeint. Mittlerweile hat sie auch ganz gut Geld gemacht. Sie hatte ja eine Stiftung, wo sie die Markenrechte für Friday for Future geparkt hat. Ihr Vater ist ein guter Manager, der Svante Thunberg. Und so machen halt alle ihre Geschäfte. Und es ist auch interessant, dass, ich habe mal nachgeschaut, BlackRock, das ist ja bekannt, der hat also einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Und der hat ungefähr bis 2018 in Aufsichtsratssitzungen immer in den verschiedenen seinen Investorenfirmen Einspruch erhoben gegen Maßnahmen zum Klimaschutz. Und da hat sich das plötzlich gewendet, 2018. Da hat er dann zum ersten Mal gesagt, okay, wir müssen auch auf die Umwelt schauen. Wir müssen auf die Ökologie schauen. Und hat natürlich auch den Braten gerochen, dass man hier sehr viel Geld machen kann. Und hat seither das immer in den Briefen an seine CEOs so ausgedrückt. Heuer ist Folgendes passiert. Da hat er Abstand genommen von diesem Begriff EPG, glaube ich. Das ist also ein Regelwerk, wo Unternehmen nach ethischen und ökologischen Grundsätzen arbeiten müssen. Und er will diesen Begriff nicht mehr verwenden, weil er sagt, die Rechte und die Linke verwenden das in einem hässlichen Narrativ. Und noch dazu kommt, ich glaube, das ist der wahre Grund, dass einige Bundesstaaten, US-Bundesstaaten, die republikanisch regiert werden, ihre Investitionen herausgezogen haben aus seinem Konglomerat. Also ich betrachte das Ganze auch als eine Blaupause zu Corona. Man könnte das austauschen, dass all das tödliche Virus, das die ganze Welt umbringt. Und jetzt haben wir halt das CO2, das unser Klima killt und dann auch die Menschen killt. Damals war es die Spritze und jetzt sind es halt die Maßnahmen, mit denen man das CO2 vernichtet und so weiter. Also ich würde mir wünschen, dass die Politik mehr Wissenschaft, aber echte Wissenschaft sich holt und dass die Wissenschaft weniger Politik hat. Ich frage jetzt noch einmal nach, wer profitiert davon? Du hast gesagt, es geht um Kontrolle, was wir essen. Wer hat jetzt einen Nutzen davon, zu erfahren, was ich heute Abend essen werde? Nein, es geht nicht um den Nutzen, das zu erfahren, glaube ich. Es geht darum, dass ich die Leute niederhalten kann und kontrollieren. Es geht um Reihen und Kontrolle. Es ist ein Machtgehabe. Und mit Geld und Macht halte ich die Leute nieder und kann sie in die richtige Richtung dirigieren. Denn es gab jetzt kürzlich in Alpbach das Symposium, da hat eine Expertin, ich sage eine Fachfrau, wirklich gesagt, die Angst vor dem Klimawandel ist noch nicht groß genug. Man muss die Angst viel mehr schüren, weil die Leute einfach noch nicht kapieren, da geht es hier ums nackte Überleben mit diesem Klimawandel und so weiter. Und bei einem anderen Symposium in Grein hat eine, ich sage jetzt den Namen nicht, Fachfrau wirklich gesagt, wir müssen zurück zu einer Kriegswirtschaft. Wir müssen alles, also schrumpfen, die gesamte Wirtschaft, sonst werden wir diesen Energiewandel und diese CO2-Wende nicht schaffen. Ja, das ist sehr spannend. Und die Methoden sind ähnlich wie in der Corona-Panik. Ja, eins zu eins aus meiner Sicht. Man kreiert Bedrohungsbilder, die für den Normalbürger ja nicht nachvollziehbar oder messbar sind. So, die Tödlichkeit des Coronavirus, und das kann man glauben oder nicht glauben. An die Klimaerhitzung kann ich glauben oder nicht glauben, das ist ja für den normalen Menschen nicht nachvollziehbar. Ich glaube, es sind Glaubensbekenntnisse, es ist immer diese Grätchenfrage, na und wie hältst du es mit dem Klimawandel? Und wenn du sagst, na glaube ich nicht, oder glaube ich schon, aber nicht mensch gemacht, bist du schon draußen. Und ich möchte noch was sagen, ich habe, was ich immer vermisst habe in dieser ganzen Debatte, war der Naturschutz. Der Naturschutz, für den setze ich mich ein persönlich, weil, das will man aber nicht, weil ich kann zählen, wie viele Bäume gefehlt werden. Ich kann zählen, wie viele Fußballfelder zubetoniert werden. Das kann ich alles messen und zählen und sehen. Aber CO2, das kann mir jeder erzählen. Also wohlweislich hat man den Naturschutz ausgeklammert, der aber die Grundlage für eine intakte Welt ist. Absolut. Und wenn man die Windparks in der Bundesrepublik anschaut, da spielt der Naturschutz ja gar keine Rolle. Keine Rolle. Aber löst dann trotzdem eine Erwärmung aus. Das ist ja das. CO2 wird vorgeschoben, aber die anderen Dinge, eben die Windparks zum Beispiel. Gutes Thema. Die wachsen. Wälder werden gerodet. Sie haben es gesagt. Und dann auch die Felder an Photovoltaikplatten, die sich im sommerlichen Sonnenschein extrem erhitzen. Die Luft darüber erhitzen. Was wäre normalerweise, wenn die Dinger nicht da wären? Da wären Felder. Also entweder Getreidefelder oder nur eine Wiese. Egal was, würde sich nicht so erhitzen. Das sind so verschiedene Dinge. Klar, der Mensch breitet sich aus. Urbane Flächen werden immer größer. Aber das alles wirkt temperaturerhöhend. Also dieser Vergleich oder diese Begründung mit CO2 lasse ich einfach nicht gelten. Weil die ganze Masse ist viel größer. Wir sehen die urbane Ausbreitung. Das heißt, die Städte breiten sich aus. Die Siedlungen breiten sich aus. Alles wird versiegelt und so weiter. Städte speichern die Wärme. Und wir sehen das. Ich sehe es jeden Monat wieder. Der Deutsche Wetterdienst macht Monatsrückblicke. Jeden Monat ist Berlin das wärmste Bundesland. Man kann gucken, wärmstes Bundesland im Sommer 2023. Wärmstes Bundesland im August 2023. Warum? Na klar, die Stadt, die speichert die Wärme. Da kann nichts auskühlen. Und immer mehr Wetterstationen stehen in der Nähe. Nicht direkt mittendrin, aber in der Nähe dieser Flächen. Nur wenige stehen noch wirklich draußen in der Natur. Und deshalb steigt die Temperatur, die dort gemessen wird, insgesamt im Mittel. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Und diese ganzen Maßnahmen haben zweifellos riesige Widersprüche in sich. Ich denke, auf dieses Thema werden wir heute im Laufe der Diskussion noch kommen. Herr Dr. Hammer, mittlerweile werden wir nicht nur von den Klimaklebern im Morgenverkehr, sondern auch von den Politikern mit immer neuen Einschränkungen, Klimaschutzgesetzen belästigt. Besonders auf EU-Ebene, wo uns mit dem Verbrennerverbot und den Gebäuderichtlinien letztendlich das Auto und möglicherweise sogar das Dach über dem Kopf geraubt werden soll. Auch dazu haben wir einen kurzen Beitrag vorbereitet, bevor wir über das Thema diskutieren. Bereits im Juli 2021 hat die EU das FIT-für-55-Paket vorgelegt, das angeblich das Klima retten soll. Gemeint ist damit, dass bis 2030 die energiebedingten Emissionen um mindestens 55 Prozent reduziert sein müssen und das mit drastischen Maßnahmen für alle Lebensbereiche. Ebenso für den Wohnsektor. Ab 2028 müssen neue Gebäude im Eigentum öffentliche Einrichtungen und ab 2030 alle neuen Gebäude emissionsfrei sein und bis 2050 alle bestehenden Wohngebäude null Emissionen aufweisen. Schon damals übte der Eigentümerverband Haus und Grund scharfe Kritik, weil die EU-Richtlinien das Ende für Millionengebäude in Europa bedeuten könnten. Dementsprechend müssten alleine in Deutschland rund drei Millionen Altbauten saniert und oder modernisiert werden. Allerdings fehlt vielen Eigentümern das nötige Kapital dazu, sodass sie zu Spottpreisen verkaufen müssten. Unter dem Strich laufen die EU-Pläne auf eine schleichende Enteignung hinaus. Diesbezüglich sind die Franzosen schon jetzt einen Schritt weiter, denn Frankreich ist das erste Land in der EU, das bereits konkret sogenanntes klimaschädliches Wohnen bekämpft. Im August 2023 wurde bekannt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron verboten hat, klimaschädliche Altbauten zu vermieten, sprich jene Häuser mit der schlechtesten Energieklasse. Davon sind jedes Jahr mehr Gebäude betroffen. Damit will die Macron-Regierung die Hausbesitzer zu der teuren und aufwändigen energetischen Sanierung zwingen. Mit der Folge, dass immer mehr Immobilieneigentümer ihre im Preis drastisch fallenden Altbauten abstoßen und sogleich das Mietangebot noch knapper wird. Gewinner sind die finanzstarken Immobilienfonds, die das Eigentum billig erwerben können, um danach die verpflichtenden Sanierungen durchzuführen und wiederum teuer zu vermieten. Das, was in Frankreich geschieht, ist nur der Beginn dessen, was in der gesamten EU auf Hausbesitzer und Mieter zukommen wird. Letztlich treibt von der Lions Green Deal die alten Immobilien in die Hände des Großkapitals und ihrer Immobilienfonds. Ist der Klimaschutz also in Wahrheit ein Ablenkungsmanöver für eine gigantische Enteignung? Herr Dr. Hammer, Ursula von der Leyen träumt davon, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Was kommt Ihrer Meinung nach da wirtschaftlich auf die Menschen zu? Nun, zum ersten haben wir bereits eine Situation, die für das herrschende Finanzsystem an einen gewissen Grad gekommen ist, von dem Sie nicht weiter wissen, wie Sie diese Probleme lösen sollen. Wir haben eine Überschuldungssituation im sogenannten Westen, der ausgeufert ist, der auf natürliche Weise, also mit ehrlichen Mitteln eigentlich gar nicht zurückgeführt werden kann. Und das bedeutet automatisch, dass die bereits bestehenden herrschenden Eliten, die dieses Spiel kontrollieren, die Vertrauensfrage bekommen von den Bürgern, nämlich dass ihnen ihre Macht streitig gemacht wird. Und ich sehe diese ganze Klimahysterie in einem als ein interessantes oder ein sehr clever ausgedachtes Strategie, um an der Macht bleiben zu können, nämlich um neue Kategorien einzuordnen, wo ich mit planwirtschaftlicher Struktur, also wie in der Sowjetunion auch, die Bürger drangsalieren kann, wo ich Staaten auf- oder abwerten kann, wo ich denen Industrie verbieten kann oder ich Industrie aufbauen kann. Denn all diese Dinge, an denen gestellt wird, man hat das hier an irrsinniger Weise an diesem CO2 festgemacht, das ist eine willkürlich festgesetzte Zahl, ob jetzt Österreich etwas mehr oder weniger oder gleich viel behalten soll, Deutschland ab oder zu oder sonst was. Wenn dieser Traum durchgeht, dann landen wir in einer totalen Kontrolle. Das ist das, wo diese Personengruppen hin wollen, weil sie eben auch um ihre eigene Macht zurecht fürchten. Denn sie haben die Bürger eigentlich über Jahrzehnte beschissen und der Beschiss, der fällt jetzt auf, weil das Geldsystem, das Finanzsystem am Ende ist. Und vor diesem Ende, das sehen Sie natürlich auch, wollen sie irgendwie sich retten und das mit drakonischen Maßnahmen, die eigentlich für eine Demokratie unwürdig sind. Und das ist eigentlich das, was jetzt kurzfristig hier auf uns zukommt. Das ist ja schon eine sehr harte Aussage. Für die meisten Menschen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz ist es ja schwer vorstellbar, dass eine Clique von globalistischen Oligarchen mit Unterstützung der demokratisch gewählten Regierungen daran arbeitet, eine kommunistische Diktatur herzustellen. Nun, es ist nicht so sehr, dass das nur eine kommunistische Diktatur ist. Die großen Netzwerke, herrschenden Netzwerke, und da braucht man nicht nur ans World Economic Forum in Davos zu schauen, die mögen keine Demokratie, die mögen keinen wettbewerb der Ideen. Die wollen mit einem Ansprechpartner haben, dem sie notfalls auch ein bisschen Taschengeld für die Frau oder für zu Hause geben und der dann das macht, was sie ihm eben aufgetragen haben. Und dahinter stecken eben Geschäftsmodelle. Und wenn ich eben als Finanzkrake in der Welt an einen gewissen Punkt gekommen bin, wo ich entweder keine Investitionsobjekte mehr bekommen habe, dann ist es geradezu hilfreich, wenn ein Herr Macron wieder ganz neue Märkte aufbricht, indem er den Leuten, die das haben und möglich macht, das behalten zu können, und sie sich dann eben an diejenigen wenden müssen, die über unlimitierte Mittel von Geld verfügen. Denn das ist eines der weiteren großen Irrtümer in unserer Gesellschaft. Nicht nur diese Annahmen, die in der Klimahysterie gemacht worden sind, die zum Teil falsch oder zumindest widerlegbar sind, sondern das haben wir in der Wirtschaftswissenschaft genauso. Geld ist nicht neutral. Es gibt nicht nur Zentralbanken, die dem Staat gehören, sondern es gibt auch private Zentralbanken und dann ist Geld nicht neutral. Die gesamte Wirtschaftswissenschaft unterstellt, dass Geld neutral ist. Es dient den Bürgern. Es soll Geldwertstabilität gehalten werden und so weiter und so fort. Das stimmt aber nicht. Sondern es gibt Gruppen, die kommen unlimitiert an Geld ran, fast zum Nulltarif. Und andere, wie der Normalbürger, der dafür hart arbeiten muss und zum Teil immer noch keinen Kredit bekommt, weil irgendjemand irgendwo festsetzt, dass der es gerade nicht haben soll. Und das ist eigentlich der Hintergrund, dass wir eine immer weitere Konzentration sehen. Die Bürger sich aber immer mehr gegen konzentrierte Macht, insbesondere Finanzmacht, zur Wehr setzen und diese Leute mit immer mehr, sagen wir mal, Überwachung, immer mehr Unterdrückung antworten müssen, um die Bürger eben im Griff zu halten. Das beste Beispiel war im Grunde die DDR, die allerdings am Ende der Tage unter ihrer Überwachung zusammengebrochen ist. Und so wird das hier auch passieren. Und jetzt erleben wir eine Entwicklung, die einer Handvoll großer globaler Konzerne hilft und die mittelständische Wirtschaft, die kleinen Betriebe bleiben auf der Strecke. Nicht nur das, sondern sie hilft vor allen Dingen auch den internationalen, EU ist ja so eine internationalen Netzwerke oder Organisation, die aus dem Nichts eigentlich ohne die Akzeptanz der Bürger entstanden sind, die aber unheimlich Macht konzentrieren und die Macht bis nach unten durchprügeln. Und auch diese Strukturen wie die EU hat überhaupt gar kein Interesse an Demokratie, erst recht nicht an Basisdemokratie. Denn sie will eigentlich nur Vorgaben aus dem Zentralkomitee oder zentralen Politbüro in Berlin, will sie eigentlich nur nach unten durchsetzen und wer das nicht rechtzeitig befolgt, muss Strafzahlungen zahlen. Und mit dieser Sache wird zurzeit seit Jahrzehnten regiert, durchregiert im Grunde, wie man so schön sagt, aber gegen die Bürger. Das heißt auch ganze Teile von Bürgern, ganze große Bevölkerungsgruppen spielen eigentlich in Europa überhaupt gar keine Rolle mehr. Und das geht in einer Demokratie nicht. Und genau das ist jetzt an einem Zenit angelangt, wo immer mehr Bürger sagen, das wollen wir nicht. Dann wird gesagt, ja, die rechten Parteien oder wer auch immer, der steigt. Nein, der Bürgerunmut ist bereits gestiegen, weil es zu viele Verlierer dabei gibt und nur eine ganz, ganz hauchdünne kleine Gewinnerschicht. Und das wird nicht akzeptiert. Also versucht die hauchdünne Schicht noch mit mehr Brachialgewalt ihre Macht zu erhalten. Aber das wird ihr nicht gelingen. Das ist noch nie gelungen. Und das wird auch hier nicht. Und deswegen sehen wir im Moment einen Machtkampf zwischen denjenigen, die weiter versuchen, dieses Spiel noch weiter auf die Spitze zu treiben und der breiten Bevölkerung, die immer mehr sagt, nee, also das glauben wir nicht mehr. Wenn CO2 das Problem beispielsweise ist, warum stellt ihr nicht nur einfach eine Woche die gesamten amerikanischen Militärabenteuer auf der Welt ein, dann haben wir mehr CO2 eingespart, als der gesamte Automobilverkehr in Europa das ganze Jahr über ausmacht. All solche Sicherheiten, das passt also alles nicht zusammen. Das sind wirklich sehr interessante und für viele Zuschauer wahrscheinlich auch neue Erkenntnisse und Aussagen. Herr Dr. Duss, als Historiker, wie bewerten Sie das? Ist die CO2-Geschichte ein Vehikel, um die Diktatur auszurollen? Also ich bleibe immer gerne bei empirischen Fakten. Ich würde es mal so formulieren, dass es auf jeden Fall ein politisches Projekt ist. Und woran kann man das erkennen? Es reden hauptsächlich Politiker darüber. Und die treffen letzten Endes auch die Entscheidung. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ja unsere Denkfabrik auch zum Teil als Nichtregierungsorganisation bei UN-Konferenzen dabei war. Und natürlich konnten wir nur in die Außenbereiche gehen und uns das anschauen. Und da ist es ja so, dass man erwarten würde, dass dort große Umwelt-NGOs stehen. Und natürlich stehen die dort auch, also WWF, Greenpeace und diese ganzen, die man kennt. Aber was dort das dominierende Thema ist, ist Carbon-Finance. Und das hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr erweitert. Also wenn man da reingeht, gibt es überall bunte Broschüren zum Thema, wie mache ich Geld mit den Klimaschutzprogrammen, die dort bei dem UNFCC oder IPCC ist vielleicht der bekanntere Begriff. Da gibt es einen Unterschied, aber das geht jetzt vielleicht zu weit. Also was dort diskutiert wird, wie komme ich da sozusagen weiter finanziell. Und das ist durchaus das dominante Thema. Und das geht ja bis runter in die Kommune. Die einen profitieren, die anderen zahlen drauf. Das ist ja das herrschende Prinzip. Das ist auch keine Verschwörungstheorie. Das kann ja jeder in seiner eigenen Gemeinde sich anschauen. Wenn ich einen Carsharing-Parkplatz einrichte, wo früher ein normaler Parkplatz war, da haben eben alle, die parken wollten, profitiert. Und jetzt profitiert eben nur noch die Carsharing-Firma. Also das ist ein ganz einfaches Alltagsbeispiel, wo man sehen kann, wie das alles organisiert ist. Und dass das auch nichts damit zu tun hat, ob der Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre gerade mal zwei Punkte angestiegen ist oder nicht. Ich möchte vielleicht noch mal unterstützend darauf eingehen, niemand stellt doch die Frage von Kosten und Nutzen bei dieser ganzen Klimadebatte. Und das ist ja hier gerade wunderbar auf den Punkt gebracht worden. Was bringt uns denn überhaupt diese ganze Einschränkung, die wir hier haben? Was bezahlen wir? Wirtschaftlicher Niedergang, die Freiheiten werden eingeschränkt wie nie zuvor. Das gesamte Gefühl einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung wird im Grunde in den Grundfesten erschüttert. Und was bekommen wir dafür? Dass wir ein halbes Grad irgendwo von Daten, die nicht einmal unzweifelhaft erhoben worden sind, in 100 Jahren oder wann auch immer einsparen. Die Frage stellt sich ja heute gar keiner mehr. Man kann es auch noch mit einem anderen Beispiel, das ist auch ein kontroverses Thema, erklären. Es gibt ja dieses leidige Thema Fracking. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Man muss sich das mal vorstellen. Findet das Fracking in den USA statt, profitiert die USA. Findet das Fracking überhaupt nicht statt, profitiert Russland und andere Ölproduzenten. Und findet das Fracking in Deutschland statt, und das wird von deutschen Firmen ausgeführt, profitiert nur Deutschland und die anderen bleiben außen vor. Und das heißt, da werden politische Entscheidungen gefällt und irgendjemand profitiert. Und im Moment haben wir in Deutschland flächendeckend ein Fracking-Verbot. Und das trägt natürlich massiv zu diesen sehr hohen Energiepreisen bei. Und man kann halt da schnell den Eindruck gewinnen, dass unsere Politiker zumindest nicht zu unseren Gunsten agieren. Ich denke mal, gerade noch mal diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die wird gar nicht irgendwie publiziert, weil man steigert es dann so, dass es gar kein Entrinnen gibt, weil wir werden alle sterben, letzte Generation und so weiter. Es gibt nichts Neues mehr, weil dieser Planet wird verglühen oder überhitzen, kochen oder ähnliches. Und deshalb wird so eine Kosten-Nutzen-Rechnung meiner Ansicht nach gar nicht so richtig aufgestellt, weil man sagt, man muss es, koste es, was es wolle, man muss es einfach tun, weil sonst überleben wir nicht. Aber genau dieser Punkt ist eigentlich die gefährlichste Sache, die jeder Staatsrechtler einem sagt. Wenn nicht mehr eine Abwägung von Grundrechten und sonst was stattfindet, sondern wenn etwas verordnet wird, weil es alternativlos, wie mal eine Kanzlerin in Deutschland sagte, sei, dann ist die Demokratie zu Ende. Und wer also so zugespitzt eine Diskussion führen möchte, auch in der Klimadebatte, der muss aber auch ehrlicherweise zugeben, dass er keine Demokratie möchte. Und wollen wir das? Ich nicht. Aber die sagen das ja oft. Das wird ja offen gesagt. Weil diese eine Dame in dem Klimasymposium, das ist dir egal, wie die Menschen leben oder wie sie sich einschränken, zurück zur Kriegswirtschaft. Und ich möchte noch was sagen, im Anschluss an Sie, Herr Dr. Halmer. Sie sagen eben, der Bezug zur Bevölkerung ist verloren gegangen, Organisationen wie die EU regiert durch und so weiter. Das perfide an dem Ganzen ist ja, dass wir Steuerzahler das bezahlen, was dann gegen uns gerichtet wird. Und ich glaube, es muss jetzt einfach einmal auch von vor allem alternativen Medien, wir machen das auf eins, klargestellt werden. Diese Politiker leben von unserem Geld und sie haben sich gefälligst an unseren Wünschen und Interessen zu orientieren und nicht an jenen der UNO, der WHO, der EU und sonstigen schwindeligen Organisationen. Und das gehört einmal klar gesagt. Und ich glaube, was mir immer gefehlt hat in der ganzen politischen Entwicklung, ist eine Partei der Steuerzahler. Wo ist denn die? Wir finanzieren alles. Die großen Gehälter dieser Härten, die dann von oben herunterregieren und sagen, ihr Bürger seid Idioten, ihr könnt es ja gar nicht denken und deshalb müssen wir für euch entscheiden. Der Nennigstaat und so weiter. Also das ist ungehörig und perfide, was da läuft. Es gibt ja wirklich von hochrangigen Politikern fragwürdige Aussagen. Ich erinnere mich an ein Interview mit dem früheren Gesundheitsminister Anschober in der Corona-Krise, der schwärmerisch gesagt hat, diese Maßnahmen bewähren sich so gut, die kann man in Zukunft zur Bekämpfung der Klimakrise umsetzen. Und er hat das schon, glaube ich, im Jahr 2020 war das, der aktuelle Gesundheitsminister hat in einem Interview gesagt, das Wort radikal, mindestens fünfmal verwendet, radikale Maßnahmen müssen gemacht werden. Der war von der Radikalität beweist. Das ist ja gruselig für uns Bürger, die zu Untertanen degradiert werden. Und was auch ganz gruselig geworden ist, dass man im Grunde eine einseitige Meinungsdiktatur in dieser ganzen Diskussion errichtet. Und wenn eine Diskussion nicht mehr möglich ist, und zwar eine offene Diskussion, wo alle Meinungen auch zugelassen werden, dann ist im Grunde auch die Demokratie ad absurdum geführt. Und die Herrschaften auch in der Politik, die müssen sich einmal selber fragen, was ist denn ihre Rolle überhaupt, wenn es die Demokratie gar nicht mehr gibt? Dann brauchen wir ja tatsächlich nur noch ein Politbüro in Brüssel und der Rest sind nur noch Verwaltungsbeamte. Das heißt, die brauche ich dann ja überhaupt gar nicht mehr. Will man das? Warum haben denn die Bürger auch einen Wanderungssaldo, wie er ist? Warum zieht es denn vor allen Dingen Leistungsträger in Gegenden wie zum Beispiel die Schweiz, die mit einer Basisdemokratie gesegnet ist und ziehen ab von, sagen wir mal, etwas unschön werdenden, geleiteten Demokratien wie Deutschland und weiteren Sachen? Wir haben hier eine Tendenz dahin, dass nicht nur gleich gemacht wird, sondern auch, dass der Wettbewerb auch der Bedingungen komplett ausgelöscht werden soll. Und das ist etwas, was wir Bürger für uns wieder erstreiten müssen im politischen Diskurs. Und wir alle, wir alle Bürger sind eigentlich aufgerufen, überall wo wir sind, unsere Interessen auch wieder zu formulieren. Denn das wurde bei dieser Meinungsdiktatur sozusagen weggebügelt und viele Leute akzeptieren das. Und das dürfen wir nicht tun. Auf eins ist hier sicherlich ein Fels in der Brandung, der die Diskussion aufmachen wird und der die Diskussion auch in die Breite tragen wird. Aber ich kann im Grunde nur hoffen, dass viele, viele Bürger sich dem anschließen und in ihren persönlichen Kreisen eben auch nicht mehr sich von Verboten und Geboten in der Diskussion leiten lassen, sondern tatsächlich auch ihre Interessen mal offen sagen, egal wie absurd sie auch sein mögen. Und dass die Demokratie und die Freiheit auf dünnem Eis gebaut ist, das haben wir wirklich in der Corona-Zeit erlebt. Ausgangssperren, Reiseverbote bis hin zu Berufsausübungsverboten. Also das erinnert an dunkle Zeiten der Diktatur. Ich erinnere an die Aussage der Verfassungsministerin, Frau Edtstadler, die uns, jetzt sage ich es einmal salopp, nahegelegt hat, den Ungeimpften dieses Land zu verlassen, weil wir de jure kein Recht mehr haben, hier zu leben, wenn es ein Impfpflichtgesetz gibt. Und das sagt eine Ministerin, die die Verfassung des Landes schützen soll. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die das niemals vergessen werden und auch nicht sollen. Dieselbe Dame hat unlängst das gesagt, ich kann es jetzt nur sinngemäß sagen und nicht zitieren, so es geht ja weniger um das Wohl der Menschen in Österreich, sondern sie vertritt höhere Ziele. Wo immer die dann liegen sind, werden diese höheren Ziele. Das hat die Verfassungsministerin gesagt. Wir müssen auch mal eins konstatieren, was wir, sagen wir, aus der Wirtschaftswissenschaft her kennen. Wir haben festgestellt, dass dort, wo der maximal mögliche Wettbewerb herrscht, die besten Ergebnisse. Und zwar der möglichst breite Wohlstand für alle, wie Ludwig Erhard es einmal in dem Buch über seine soziale Marktwirtschaft beschrieben hat. Das wissen wir also. Wir wissen also, wenn wir Wettbewerb haben, wenn wir bestimmte Bedingungen zur Auswahl geben, nicht alles gleichschalten, nicht alles diktatorisch von oben runter machen, dass wir die besten Ergebnisse bekommen. Warum denn nicht auch in der Klimadiskussion? Weil man das nicht will, weil es ja nicht darum geht. Ja, sicherlich. Schauen wir uns noch einmal die konkreten Maßnahmen an. Der Heizhammer, die CO2-Steuer, die Förderung der E-Mobilität, der flächenmäßige Bau von Wind- und Photovoltaikparks. Das sind so die wichtigsten Mittel der Regierungen in Wien, in Berlin, in Bern, um die Energiewende zu schaffen. Sind diese Mittel und Maßnahmen Ihrer Meinung nach überhaupt geeignet, um Klimaziele zu erreichen oder schaden die letztendlich mehr den Menschen und der Natur? Ja, ich glaube, meiner Meinung nach schaden die mächtig, weil wir müssen einfach mal uns vor Augen führen, bis jetzt ist ein Ding noch nicht geklärt, wie man Strom speichert. Und ich meine, Strom aus Wind und Sonne ist ja wunderbar. Wenn die Sonne scheint am Tage, gibt es Strom. Wunderbar. Wenn der Wind weht, gibt es Strom. Aber in der Nacht gibt es immer noch keinen Sonnenschein und Wind natürlich auch. Die Wetterlagen sind unterschiedlich. Es gibt über 100 Tage im Jahr, wo der Wind so schwach ist, dass er eigentlich für Stromerzeugung nicht geeignet ist. Und ich sage immer, für jedes Windrad, was aufgebaut wird, ich bin mit vielen Leuten gefahren durch Deutschland und habe gesagt, guck mal, hier steht alles voller Windräder, aber die Dinger drehen sich nicht. Wie viel Strom erzeugen die gerade? Nichts. Und da kann man noch so viele Windräder hinstellen. Man muss aber, um dem Bürger die Gewissheit zu geben, sein Strom aus der Steckdose kommt immer an, müsste man grundsätzlich für jedes Windrad die gleiche konventionelle Kraftwerksleistung bereithalten. Weil anders geht es nicht. Und bis jetzt warte ich auf eine Idee, wie man Strom speichert. In Österreich ist es einfacher. Da hat man die Pumpspeicherwerke. Aber in Deutschland ist es einfach nicht möglich. Wo soll man, wie will man das Ganze machen? Und dann E-Mobilität, noch mehr Strom holen. Ja, das verstehe ich nicht. Also da hört mein Verständnis grundsätzlich auf im praktischen Denken, weil irgendwie beißt sich das Ganze. Es sei denn, dass das überhaupt gar nicht erwünscht ist. Und jetzt kommen wir wieder zur Ökonomie. Wenn jetzt in Frankreich der Atomstrom hergestellt wird, gut, die haben jetzt auch ihre Schwierigkeiten, weil Niger und das andere afrikanische Land jetzt das Uran nicht mehr zum Drittel des Marktpreises hergeben wollen. Aber wenn der Atomstrom eben aus Frankreich kommt und der Kohlestrom eben aus Polen und Kohle und Atomstrom eben aus der Ukraine, zumindest noch, dann hat die EU eben das Interesse, dass ihr Apparat schwer auflösbar ist. Denn sie behaupten, Deutschland ist ja gar nicht mehr energieautark. Das heißt, ohne uns können die anderen die erpressen. Also bleibt mal schön unter unserem Dach, denn sonst wird die Erpressung dafür sorgen, dass der Strom abgestellt wird. Und böse Zungen behaupten, dass das eine Strategie ist, die in der europäischen Diskussion in Europa eben auch so überlegt worden ist. Und dass diese Windräder mehr Schaden bringen als Nutzen, das kann Ihnen auch jeder Bauer mittlerweile sagen, denn hinter jedem Windrad haben Sie auch einen Regenschatten. Und Regen, also Niederschlag mal Bodenpunkte, ist im Grunde der Ertrag, wenn man das mal so ein bisschen überspitzt und ein bisschen abgeflacht auf den Punkt bringt. Dann müssen wir eben konstatieren, mit jedem Windrad geht auch die Ernährungsproblematik runter. Welchen Nutzen bringen uns also die Dinger? Wenn Sie also so viel kosten und auch bei der Ernährung anschließend so viele Probleme machen. Und ich will gar nicht darüber reden, dass also Anwohner sich von den ewigen Schatten, die da im Fenster vorbei huschen und dann diese Motorengeräusche, sich so ein bisschen gestört fühlen. Auch das ist, sagen wir mal, ein Punkt, der immer wieder vergessen wird. Wir haben also, die Politik hat also bewusst und seit diesem ganzen Greichen-Skandal und diesem ganzen Filz, der dort in dieser, sagen wir mal, Öko-Industrie dort vorhanden ist mit der Politik, haben wir festgestellt, dass es hier eigentlich überhaupt gar nicht um die Umwelt geht. Es geht hier auch überhaupt gar nicht darum, für die Bürger irgendwie was besser, schöner oder die Natur besser erlebbar zu machen, sondern es sind hier ganz andere Dinge, und zwar ökonomisch ganz handfeste Dinge und geostrategisch ganz handfeste Begründungen, die man da wahrscheinlich eher in Erwägung ziehen sollte. Und dazu kommt ja noch, dass wir bei Corona gesehen haben, dass diese ganzen Produktionsbeschränkungen und Lockdowns und so weiter am CO2-Ausstoß überhaupt nichts geändert haben. Also da hätten wir ja eigentlich eine Delle sehen müssen, vielleicht sogar bei der Temperatur oder so, und das ist ja überhaupt nicht passiert, was zeigt, dass dieser ganze gemessene CO2-Anstieg auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist und mit unserer Lebensweise gar nichts zu tun hat. Also jeder kann sich das angucken, das ist absolut transparent. Können Sie denn vielleicht mal in Verhältnis bringen, was, sagen wir mal, ein Vulkanausbruch an CO2-Emissionen ausbringt im Verhältnis zu dem, was durch den Verkehr oder durch den Autoverkehr oder durch die Dinge, die man da einschränken mit der Industrie produziert würde? Ja, man müsste jetzt ausholen. Das ist, man kann salopp sagen, dass die Menge des vulkanischen Kohlendioxids wahrscheinlich so groß ist, dass der menschliche Anteil nahe Null ist. Man hat allerdings ein Problem, dass nämlich solche Forschungen gar nicht so gut finanziert werden. Denn man müsste zum Beispiel Forschungs-U-Boote haben, die natürliche CO2-Quellen am Ozeanboden erforschen. Das ist zum Teil gemacht worden. Der eine oder andere wird vielleicht schon mal den Begriff schwarze Raucher gehört haben. Der ganze mittelatlantische Rücken ist von solchen hydrothermalen Quellen durchzogen. 1977 hat man diese Entdeckung gemacht. Und es ist aber so, dass der größte Teil des Meeresboden nahezu unerforscht ist. Also da gibt es nichts. Ein anderes Beispiel ist, das kann man sozusagen unseren Zuschauern als Hausaufgabe mitgeben, es gab diese Riesen-Eruption dieses Tonga-Vulkans vor zwei Jahren. Da hat es ja auch das Kabel zerstört, wodurch es dann so gut wie keine Berichterstattung gab. Und diese Rauchfahne, die soll also 58 Kilometer hoch gewesen sein. Und auch dazu gibt es nicht diese Forschung, die man erwarten müsste, wenn man sich überlegt, dass CO2 zum größten Thema aller Zeiten ausgerufen worden ist. Und dann wird natürlich seitens der Forschung gesagt, ja, wir preisen das sozusagen mit ein. Aber wie will ich das einpreisen, wenn ich keine Messung habe, ganz wenig Forschung, sondern nur Abschätzung? Und wenn dann eben, also dieser Ausbruch war wirklich eine andere Nummer als Vesuv oder Ebna oder sowas. Und man könnte da noch viele andere Beispiele nennen. Und ich will noch abschließend ein was sagen, auch allein dieser Unterschied, den Sie gemacht haben, das ist ja völlig legitim zu sagen, da gibt es das anthropogene CO2, da gibt es das natürliche CO2. Nur auch das kann man ja hinterfragen, denn die Kohlenwasserstoffe, die wir verbrennen, kommen ja auch aus der Natur. Und dass wir sie fördern als Menschheit zeigt ja, dass sie bodennah liegen. Das heißt, wenn wir Erdgas fördern, das wäre ja sowieso aus natürlichen Gründen allmählich dann ausgesickert, also ausemittiert. Es gibt überall auf der Welt Punkte, an denen Methan emittiert wird. Es gibt übrigens auch Punkte, an denen immer noch Erdöl an der Oberfläche austritt. Meistens in Mittelasien, aber auch im Dreiländereck, Polen, Slowakei, Tschechien gibt es eine Stelle, da tritt Erdöl aus. Das heißt, das oxidiert natürlich auch in Kohlendioxid und Wasserdampf. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber wenn Sie zum Beispiel die Wissenschaft wechseln, also von der Physik zur Geologie übergehen, für einen Geologen sind 10.000 Jahre gar nichts. Also das heißt, da sehen Sie so ein bisschen die Relationen und dass es sich halt wirklich um eine Ideologie handelt. Im Endeffekt, ich meine, ist CO2 immer CO2. Das ist oxidierter Kohlenstoff. Kohlenstoff und Sauerstoff gehören zu unserer Welt dazu. Das ist was völlig Natürliches. Das gehört auch zu unserer Galaxis dazu. Das sind Elemente, die jeder aus der Schule kennt. Periodensystem der Elemente. Und wenn Politiker gegen CO2 kämpfen, kämpfen sie eigentlich gegen das Periodensystem der Elemente. Und was kann es eigentlich Anti-Aufklärerisches geben als Politiker, die gegen in der Natur vorkommende Elemente kämpfen? Es soll ja jetzt auch gegen Stickstoff zum Beispiel vorgegangen werden. Also das ist alles absurd. Das wollte ich damit sagen. Es gibt ja da wirklich eine ganze Reihe von ganz offensichtlichen Widersprüchen. Die Windanlagen, die riesigen Betonsockel, die nie mehr abbaubar sind. Die bleiben die nächsten 1.000 Jahre unter der Erde. Die Verbundstoffe, aus denen die Rotoren erzeugt werden. Es gibt kein Konzept, wie die entsorgt werden. Die ersten müssen aber jetzt schon abgebaut werden, weil die ihre Lebensdauer überschritten haben. Das ist genau das, was ich eben auch erwartet hätte. Also ich hatte nie Illusionen, was grüne Politik angeht. Aber es gab vor, bevor es die erste Koalition gab auf Bundesebene mit Grünen, gab es durchaus Kongresse zum ökologischen Bauen. Ökologische Baustoffe, Holz, Lehm, Steine und so weiter, Ziege. Es gab auch große Konferenzen zum Bodenschutz, zum Grundwasserschutz. Da haben führende grüne Politiker damals Schirmherrschaften übernommen und haben sentimentale Pressekonferenzen abgehalten, wie wichtig das alles ist mit den Bodenorganismen. Davon hört man nichts mehr. Und jetzt gibt es eine neue Studie von Willy Soon, Harvard-Physiker. Der zeigt ganz klar, dass die Erwärmung, die statistische Erwärmung, hauptsächlich in den Innenstädten stattfindet. Der hat nämlich die Temperaturstationen in drei Gruppen eingeteilt, ländlich, vorstädtisch und innerstädtisch. Und es gibt also kein ökologisches Bauen, es gibt nur Stahlbeton. Und das passiert genau das Gegenteil von dem, was die Grüne, Rot-Grüne, Rot-Rot-Grün-Gelbe, wie auch immer Koalition angekündigt hat. Es wird eben das Klima gar nicht geschützt, sondern es wird eher noch die Erwärmung gefördert. Also selbst wenn man den eigenen Anspruch an diese Politik anlegt, wenn man das toll findet, dass es nicht wärmer wird, es gibt ja auch Leute, die sagen, super, endlich wird es wärmer, selbst dann ist das Ganze einfach eine Schimäre. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Es gibt, wie Sie auch gesagt haben, keinen Naturschutz, keinen Klimaschutz, keinen Bodenschutz und es ist einfach nur Industriepolitik. Vielleicht gelingt es uns einmal, einen Grünpolitiker einzuladen zu uns ins Studio. Da gibt es einige Themen, die man diskutieren könnte. Auch die hunderttausenden Vögel, die geschreddert werden, die Insekten, die den Windrädern zum Obf fallen, in der E-Mobilität, wenn man weiß, wie die seltenen Erden abgebaut werden, zum Teil mit Kinderarbeit, wie Flächen verwüstet werden beim Lithiumabbau. Das würde ich gerne mal erklärt bekommen, warum das gut sein soll für die Natur oder für die Umwelt oder für das Klima. Wenn wir jetzt einmal theoretisch davon ausgehen, dass das Kohlendioxid einen Einfluss auf das Klima hätte. Deutschland verursacht jährlich so einen Anteil der menschgemachten CO2-Emissionen rund 2%. Österreich, die Schweiz noch einen Bruchteil von diesen 2%. Wenn also Mitteleuropa, vielleicht die ganze EU, im Extremfall die ganze westliche Welt die industriellen und wirtschaftlichen Grundlagen zerstört, um das Klima zu retten. Was würde der Rest der Welt machen? Was machen die Chinesen und was machen die Inder? Nehmen sie sich dann die westliche Welt als Vorbild oder werden die einen anderen Weg gehen? Nun, wir sehen es bereits, was sie machen. Sie übernehmen die Märkte und sie lassen Europa den gewünschten Gang in ein Armenhaus gehen. Sie sind aber gerne bereit, anschließend die europäischen Bürger für ihre Zwecke als Sklaven arbeiten zu lassen. Zum Beispiel bei der Nahrungsmittelherstellung. Da gibt es in dem wasserreichen Europa sicherlich Bereiche, die China sehr interessant findet. Aber sie schauen einfach zu, schütteln den Kopf und wundern sich nur, mit welcher Begeisterung die europäischen Bürger ihre Volkswirtschaften, die mühsam aufgebaut worden sind, in Windeseile, in Schutt und Asche legen, nur um Freunden und Bekannten in Netzwerken zu helfen, die etwas mehr europäische Industrie möglicherweise in den USA benötigen. Aber das ganze Konzept klappt überhaupt nicht, denn es geht völlig an dem Sinn, an dem Wesen der mittelständischen Unternehmen vorbei, also der vom Inhaber selbst geführten Unternehmen vorbei. Die alle haben nämlich Gedankenstrukturen, die davon ausgehen, wie in einem Konzern, der ganze Globus ist ohnehin unser Spielfeld und wir erhöhen einfach A im Land A und wir reduzieren etwas im Land B und wir können da also spielen, wie wir wollen, Grenzen oder besondere Bedingungen in den verschiedenen Ländern gibt es für uns nicht, weil wir eh da sind, wie ein VW oder wer auch immer, ein General Motors, aber das sind nicht die Unternehmen, die unseren Wohlstand generieren, sondern die Unternehmen, die unseren Wohlstand generieren, das sind die vielen, vielen Inhaberbetriebe, die vielen, vielen mittelständischen Inhaberbetriebe und die können nicht wechseln, weil sie sich in den USA nicht auskennen, weil sie sich in China oder in Russland oder weiß wer, wo man überhaupt noch hinziehen kann, nicht auskennen, sie haben da keine Netzwerke. Das heißt, sie sind im Grunde dann zum Nichtstun verdammt, sie werden in die Insolvenz getrieben durch eine ihnen feindlich wirkende Politik, ob das gewünscht ist oder nicht, sei alles mal dahingestellt, aber sie wirkt zumindest feindlich ihnen gegenüber und das hilft am Ende überhaupt niemanden. Denn in China wird man sich sagen, naja, also Filteranlagen, wie sie in Deutschland oder in Österreich vielleicht Vorschrift sind, das ist uns zu teuer, das machen wir nicht. Und wenn das eben ein Staatsbetrieb ist, dann muss er es auch nicht tun, weil man sich dann einig ist, dass man lieber über die Rendite geht und lieber neue Märkte erobert, als dass man hier für die Umwelt etwas tut. Und genau das ist im Grunde das Resultat, dass man für das Wohlbefinden der Menschen, also für eine saubere Umwelt und deswegen ist Umweltschutz vielleicht auch ausgeklammert worden in der ganzen Diskussion weniger tut oder sogar etwas Schädliches tut, wenn man in Europa eine sehr leistungsfähige Industrie in Schutt und Asche legt und dafür den Rest der Welt sich überhaupt erst mal entwickeln lässt. Cornelia, du unternimmst immer wieder ausgedehnte Reisen, du warst kürzlich in Asien. Hast du da mit Leuten über dieses Thema geredet? Was denken die über den europäischen Weg? Ja, die sind erstaunt. Die heben die Augenbrauen, dann lachen sie und sie sagen, Cornelia, wenn du es nicht mehr in Europa aussetzt, dann komm zu uns, du bist immer willkommen. Das ist jetzt in Japan genauso, weil ich habe auch dort viele Freunde. Und man ist sehr erstaunt und wir haben, ich habe in einer indischen Familie eine Diskussion gehabt, da gibt es Mädchen, die jetzt studieren wollen. Ja, wo gehen wir denn hin? Wo geben wir unsere Töchte hin? Sag ich, wie schaut es aus mit Europa? Nach Europa? Nein, niemals. Singapur oder Tokio? Also Europa wird abgeschrieben und das ist auch in Japan so, weil ich kenne eben Japan auch sehr gut. Und auch in Afrika witzigerweise schaut man mit sonderbarem Blick da nach Europa, was sich da gerade abspielt, weil diese Länder sich ja gerade entwickeln, die entwickeln Wohlstand, die entwickeln Mittelstand und dann kommt eine Klimadiskussion. Und sie können vielleicht davon profitieren, dass sie sagen, clevere Regierungschefs, wir leiden so unter der Klimakrise, die ihr da oben gemacht habt, also her mit der Maria. Und das passiert ja auch. Und wir mit unserem schlechten Gewissen, also nicht wir, sondern die Politik, scheffelt ja die Milliarden dahin und da aber sicherlich auch nicht zu den afrikanischen Menschen, sondern wieder zu korrupten Politikern, die das in den Clans verteilen. Also jeder hat was davon, dass wir hier einen Klimawandel-Tango veranstalten, aber wir gehen unter. Jetzt haben wir bislang einige berechtigte Zweifel am angeblich menschengemachten Klimawandel gehört. Umso angebrachter wäre doch eine offene, freie, faire Diskussion darüber. Doch wir erleben das genaue Gegenteil. Vor kurzem setzte der ZDF-Wettermoderator Öztin Terli Klimarealisten mit Staatsfeinden gleich und zuvor hat ein CDU-Politiker gefordert, die sogenannte Leugnung des Klimawandels unter Strafe zu stellen. Die Leugner sind immer was Böses. In Österreich hat es einen Fall gegeben, schon 2012 wollte ein Kratzer Musikprofessor Menschen umbringen, die die globale Erdewärmung anzweifeln. Was soll diese mittelalterlich anmutende Hexenjagd? Worum geht es eigentlich im Kern, wenn derartig schwere Geschütze aufgefahren werden? Was ist der politische Hintergrund dieser ganzen Klimaagenda? Doch bevor wir über diese Frage gemeinsam wieder diskutieren, haben wir noch folgenden Beitrag vorbereitet. Die Globalisten und ihre Handlanger verstecken sich bezüglich der Offenlegung ihrer unheilvollen Pläne nicht länger. Das war bei der Corona-Plandemie so und ist auch bei der künstlich erzeugten Klimawandel-Hysterie nicht anders. Doch wer genau das behauptet, wird dennoch als Verschwörungstheoretiker tituliert und nach Möglichkeit ausgegrenzt. Auch beim unbequemen Thema der Kontrolle des sogenannten CO2-Fußabdruckes. Denn nichts andere streben die Regierungen an, ganz nach den dystopischen Plänen etwa des Weltwirtschaftsforums, kurz WEF. Bereits am 14. September 2022 wurde dazu auf der WEF-Homepage der Artikel My Carbon, ein Ansatz für inklusive und nachhaltige Städte, veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Covid-19 wohl tatsächlich als Probelauf bezüglich der Unterwürfigkeit der Bürger angesehen wurde. Heißt es dort doch, Zitat, Covid-19 war der Test der sozialen Verantwortung. Und eine große Anzahl unvorstellbarer Beschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurde von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen. Zitat Ende Darauf bauen die Ökomaxisten nun auf, um den geplanten Umbau der Wirtschaft im Sinne des Great Reset voranzutreiben. Und zwar unter dem Banner der vermeintlichen Bekämpfung des Klimawandels und auch des persönlichen CO2-Ausstoßes. Dazu gehören vor allem die Durchsetzung von fixen CO2-Limits und CO2-Pässen für die Bürger. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Tracking-Apps ermöglichen eine diesbezügliche Überwachung. Der Sinn dahinter ist natürlich die umfassende Kontrolle und Steuerung der Massen. Der Feldversuch dazu könnte schon bald Wirklichkeit werden, und zwar in einer der größten und finanzstärksten Metropolen der Welt, in New York City. Mitte April 2023 kündigte die Stadtregierung unter dem demokratischen Bürgermeister Eric Adams gemeinsam mit dem Büro für Klima- und Umweltgerechtigkeit an, künftig die Kreditkartendaten von individuellen Einkäufen in den Geschäften auszuwerten. So soll die Wahl der Lebensmittel der Einwohner nachverfolgt werden. Dazu gibt es eine Kooperation der Stadtverwaltung mit dem Kreditkartenanbieter American Express. Adams machte unmissverständlich klar, dass die Nachvollziehung der individuellen Wahl von Lebensmitteln ein Schritt in Richtung Reduktion des CO2-Ausstoßes der Bürger sei. Schließlich sollen bis 2030 die lebensmittelbezogenen Emissionen von Kohlendioxid der New Yorker um ein Drittel reduziert werden, ganz im Sinne der WEF-Bestrebungen inklusive und nachhaltige Städte zu schaffen. Das belegt scheinbar eine Treibhausgas-Inventur der Stadt, die den persönlichen CO2-Fußabdruck verfolgt, der durch den Lebensmittelverbrauch der Haushalte entsteht, hauptsächlich verursacht durch Fleisch- und Milchprodukte. Bürgermeister Adams ist selbst ein leidenschaftlicher Veganer. Deshalb verkündete er, Zitat, Es ist einfach über Emissionen zu sprechen, die von Fahrzeugen ausgehen und wie sie sich auf unseren CO2-Fußabdruck auswirken, aber wir müssen jetzt über Rindfleisch reden, Zitat Ende. Insgesamt stammen 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen der Stadt aus dem Lebensmittelkonsum der Haushalte. Damit sind Lebensmittel nach Gebäuden und Transport der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen. Um den Planeten zu retten, so Adams, sollen die New Yorker deshalb mehr Obst, Gemüse, Getreide und Bohnen essen. Der perfide Plan sieht vor, dass sämtliche Lebensmitteleinkäufe ausgewertet, die durchschnittliche CO2-Bilanz errechnet und dann bestimmte Höchstwerte festgesetzt werden. Eventuell wird mit dem Kassenbon sogar die persönliche CO2-Bilanz des Einkaufs und der bisher erreichte Prozentsatz des maximalen monatlichen Lebensmittel-CO2-Verbrauchs angezeigt. Somit wird der Einkauf von Lebensmitteln alles andere als freiwillig, sondern hängt von politischen Vorgaben der Klimareligion ab. Als Kontrolle fungieren Kreditkarten. Mit einer Bargeldzahlung wäre das nicht möglich. Wahrscheinlich ist auch das einer der Gründe, warum Bares nach dem Willen der Globalisten abgeschafft werden soll. Ja, das sind wahrlich orwelsche Visionen, die uns da präsentiert wurden. Ist das Klimathema nur ein vorgeschobener Grund, eine globale Überwachungsdiktatur zu errichten? Und wird das Thema auch deshalb so ins quasi Religiöse verklärt, damit über diese Absichten nicht mehr diskutiert werden darf? Das soll sakrosankt sein. Keiner darf abweichen. Wie sehen Sie das? Ich stelle die Frage an die Runde. Nun, ich denke, Sie haben den Punkt damit schon sehr gut getroffen. Denn gehen wir mal anders an diese Frage heran. Ist das, was man vorgibt, eine Reduktion des CO2 oder eine Klimaerwärmung, das hat man ja im Grunde als Begründung vorgegeben, ist das ein geeignetes und probates Mittel, was man jetzt alles macht, um das zu erreichen? Warum soll jemand Fleisch nicht essen, aber Getreide vielleicht schon oder andere Sachen, die vielleicht mit noch mehr CO2-Produktion hergestellt werden, wie irgendwelche künstlichen, künstliches Nahrungsmittel oder so etwas? Was hat die totale Überwachung des Einzelnen mit dem Klima zu tun? Oder gibt es nicht viel größere Umweltsünder, und da gebe ich jetzt mal direkt auf das Wort Umweltsünder, als das, was uns durch Verbot oder so etwas verboten wird, die auf das Klima und auf die Umwelt viel größeren Einfluss haben, wie zum Beispiel, wenn man irgendwo welche Kriege veranstaltet oder so etwas? Dann muss man sich doch fragen, da es viel größere Verursacher von genau den Dingen gibt, die sie ursächlich, per Definition ursächlich machen für den Klimawandel, aber sie nicht rangehen an die großen Verursacher, sondern kleine Ursacher, die uns allen sehr wehtun, die unsere Freiheiten massiv einschränken, da muss man doch als Resultat dessen antworten, es kann also nicht um das eigentliche vorgegebene Ziel sich handeln, sondern es muss andere Ziele haben. Und wenn wir feststellen, dass alle Maßnahmen, die die unternehmen, unsere Freiheiten einschränken, und zwar in einem Ausmaß, was normalerweise unter Beachtung der verschiedenen Grundgesetze, die es gibt in Österreich, in Deutschland, aber auch in den USA, die Verfassung und so weiter, die eigentlich unter normalen Möglichkeiten niemals möglich gewesen sind. Das heißt, hier werden freiheitliche Verfassungen über Bord geworfen mit einer Begründung, die wahnsinnig dünn ist, die also so dünn ist, dass auch etliche Experten erst mal eine Verifizierung überhaupt der Hypothese fordern, bevor man in diesem Ausmaße überhaupt die Dinge macht, die die Freiheiten einschränkt. Und wenn wir dann zusätzlich noch Hinweise von Oligarchen-Netzwerken, wie zum Beispiel dem auf Bitten von Henry Kissinger, der Greimdienstgronde aus den USA gegründeten World Economic Forum durch Herrn Schwab, dort sehen, dass also die Freiheitseinschränkungen essentieller Teil sind, um das Klima managen zu können, oder wie auch immer Sie sich diese verschiedenen Utopien, die Sie da ausgerollt haben, sich da vorstellen, dann ist die Frage eigentlich schon naheliegend, geht es hier eigentlich um die Freiheit der Bürger zu eliminieren, oder geht es tatsächlich um bessere Umweltbedingungen zu schaffen, damit wir Bürger besser leben können. Wenn ich in einer sauberen Umwelt total unfrei lebe, oder die Umwelt nicht mehr einmal sauberer wird, oder einer minimal sauberen Umwelt lebe, aber völlig unfrei, wie ist das Leben dann noch lebenswert? Das dürfen doch bitte lieber die Bürger entscheiden und nicht irgendwelche Netzwerke, die weder gewählt werden, noch demokratisch, noch gerichtlich überprüfbar sind. Es gibt ein Dokument von vor zehn Jahren, das hat der Wissenschaftliche Beirat der Deutschen Bundesregierung verabschiedet und auch veröffentlicht, und da ist überwiegend von der großen Transformation die Rede. Und große Transformationen, da wird also diese Visionen skizziert, die man natürlich für eine orwellische Vision ansehen kann, oder auch sollte. Aber was da wirklich bedrückend ist, das sind sogenannte Entwicklungsfaden. Also es wird so eine Herrschaft der Weisen nicht nur sozusagen installiert, sondern es wird vorausgesetzt. Also keine menschliche Entwicklung, ohne dass irgendwelche Expertenräte, Klimabeiräte oder sowas Entwicklungspfade festlegen. Das Ganze beruht angeblich natürlich wieder auf den Theorien eines Österreichers, der namens Karl Polanyi. Also Österreich ist wie immer mit im Boot bei solchen Sachen. Und ausgerechnet der große liberale Ökonom Ludwig von Mises hat sich in seinem Buch Gemeindenwirtschaft damit auseinandergesetzt. Und der wiederum hat gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das große Problem eigentlich ist, dass Institutionen wie Privateigentum durch Unklarheiten und Festlegungen und irgendwelche diffusen, widersprüchlichen Maßnahmen ausgehöhlt werden. Das ist ja das Problem an der Klimapolitik oder auch an der Klimawissenschaft, dass das in sich absolut widersprüchlich ist. Also man erreicht die selbst gesetzten Ziele nicht, sondern das Gegenteil springt dann auf neue Ziele und so weiter. Und dann zusätzlich eben noch diese absolut gesetzten Entwicklungspfad. Also das kann man sich anschauen. Es ist grauenhaft. Leider lesen die Leute zu wenig die offiziellen Dokumente unserer eigenen Regierung. Man soll das einfach mal tun. Aber das Problem ist wirklich, dass einfach definierte Rechte, in Verfassung festgesetzte und uns zustehende Rechte ausgehöhlt werden. Und an dem Namen Mises können Sie auch sehen, wie lang es diese Debatte eigentlich unterschwellig schon gibt. Und das Einzige, was in dem Text von Mises nicht vorkommt, ist das Wort Klima, weil man das früher eben mit anderen Themen probiert hat. Und das ist natürlich stark beunruhigend, weil mich als ehemaligen DDR-Bürger natürlich immer besonders aufregt, dass wir überhaupt gar keine Lehren ziehen aus dem Zusammenbruch von je nach Zählweise 10 bis 20 Ländern im ehemaligen Ostblock, wo auch alles Mögliche ausprobiert worden ist. Und das Ergebnis ist bekannt bis hin zu der Hungersnot in Rumänien. Ich habe das 87 mit eigenen Augen gesehen, wie es da aussah. Das ist schrecklich. Das Ergebnis ist ganz schrecklich. Und auch die Leute, die sagen, dass sie sich nicht für Politik interessieren, weil das alles nur zu schlechtem Schlaf führt, die werden sich nur umschauen, was da alles auf uns zukommt. Und ich glaube, Corona war da ein erster Vorgeschmack. Es hätte ja auch keiner geglaubt, was da gemacht worden ist. Allerdings. Ich denke mal, wirklich die Einschränkung der Freiheit kann sich der Normalbürger im Moment nicht in der Form vorstellen. Aber was gemacht wird, ist dieser psychologische Druck, der durch viele Medien aufgebaut wird. in dem man fast jeden Tag über irgendwelche Wetterkatastrophen berichtet. Das wirkt ja dann nach dem Motto, was kommt da und was ist wieder eine Katastrophe. Und hier, da werden Nachrichten aufgebaut. Ein Sommer der Wetterkatastrophen nimmt seinen Fortgang und so weiter mit diesem Titel. und damit wird dem Bürger, glaube ich, so ein bisschen die Angst genommen vor der möglichen, wenn er sich das vorstellen könnte, Unfreiheit. Nach dem Motto, was ist jetzt für mich besser? Eine Unfreiheit, wenn nicht so viele Katastrophen passieren, was ja nicht eintritt, aber was sozusagen vorgegaukelt wird. Oder lasse ich es so wie jetzt und es eine Wetterkatastrophe nach der anderen, was ja auch nicht der Fall ist. Es gibt jedes Jahr Wetterkatastrophen auf dieser Erde, aber heute mit der medialen Welt wird einem das natürlich minutengenau vorgespielt und aus jeder Ecke der Welt im Detail gezeigt, wie Flüsse über die Ufer treten, wie Dämme wegbrechen und so weiter. Aber ich denke mal, das ist eben auch eine Art der psychologischen Einflussnahme auf den Bürger schlechthin. Ich beziehe mich auf das, was Herr Dr. Hamer vorher angesprochen hat, schon viel früher, dass wir in der Finanzwelt nichts mehr stimmt, in der Ökonomie auch nichts mehr stimmt und dass wir irgendwann einmal einen ordentlichen Crash hinlegen werden. und das weiß die Politik, das wissen diese ganzen sagen wir halt Globalisten. Jetzt stehen sie einer Masse gegenüber, die zu verarmen droht, die alles zu verlieren droht, die nicht weiß, wie es weitergehen soll und diese Massen sind natürlich viel stärker als diese Damen und Herren, die da die Welt dirigieren wollen. Also wie kriege ich sie in den Griff im Hinblick darauf, dass so ein Crash passiert mit all den Folgen, Hungersnot oder was immer alles passieren kann. mit einem System wie dem. Corona war ein Testlauf, aus meiner Sicht ein Testlauf, ein Feldversuch, der alles geliefert hat, was man gebraucht hat. Wie weit gehen die Menschen, wie weit lassen sie sich unterdrücken, wie weit machen sie mit, wie funktioniert die Spaltung der Gesellschaft, wo formiert sich der Widerstand, wann formiert er sich, wo sind die Grenzen, das weiß man jetzt. Und dasselbe wird man mit dem Klima machen. Man muss, man muss aus deren Sicht ein Massen Herr werden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt halt das ominöse CO2 hier erhalten muss, um ein Staatssystem oder ein Weltsystem zu schaffen, wo der Einzelne wirklich bis in die Unterhose hinein kontrolliert wird. Es ist ja eigentlich das Normalste auf der Welt, dass herrschende Eliten gerne Elite bleiben wollen, also alles sehr erfinderisch werden, um ihre Machtstellung nicht mehr jeden Tag neu begründen zu müssen, sondern einfach per Dekret festzementiert zu bekommen. Und die ganze Klimahysterie ist ein geeignetes Mittel, um dem ein Stückchen näher zu kommen. Und nun gibt es, und dass diese Leute das versuchen, ist dann das Normalste auf der Welt. Es ist aber immer, und das lernt man eigentlich in den staatsrechtlichen Vorlesungen in den ersten Stunden, wenn man sie besucht, dass die bürgerlichen Freiheiten Freiheitsrechte sind, die einem nicht nur Gott gegeben sind, sondern die man immer wieder verteidigen muss. Und es ist also eine Aufgabe von uns Bürgern, nicht einfach wegzuschauen, nicht einfach passiv die Hände in Schuhe zu legen, sondern dort, wo die Freiheiten eingeschränkt werden, mindestens nachzufragen, warum ist das denn unbedingt notwendig. Und das ist eigentlich die normalste Frage, die ein ordentlicher Richter, also nicht ein politisch besetzter Richter, sondern ein ordentlicher Richter stellen sollte. Ist das das mindeste und geeignetste Mittel, um das Ziel zu erreichen, was vorgegeben wird? Und ich glaube, in der Klimadebatte oder in der ganzen Debatte um die Erderwärmung können wir festhalten, dass die reine Konzentration auf CO2 schon möglicherweise nicht das geeignetste Mittel ist. Zumindest noch etwas mehr Begründung und Nachweise und auch Faktenproof braucht, um als solches überhaupt anerkannt zu werden. Also einfach nur die Order Mufti, wir setzen das so fest, das ist so, weil es gibt da eine Studie, der hat das zwar widerrufen, die Studie, weil er sich um eine Zehnerpotenz vertan hat da in seiner Sache und damit die statistische Zusammenhang nicht mehr hergestellt werden kann. Aber das vergessen wir mal, sondern wir verordnen es einfach so. Das reicht nicht, sondern es muss entweder massiv jetzt begründet werden. Warum? Mit den entsprechenden Studien und es müssen auch Kritikpunkte ausgeräumt werden, wie zum Beispiel, wo sind die Wetterstationen, wie ist dort gemessen worden auf die Daten, auf die man sich dann beruft. Und man kann nicht einfach dann die Bürger recht machen. Aber wie gesagt, es ist unsere Aufgabe als Bürger, darauf hinzuweisen, das einzufordern und auch immer wieder bei jeder Gelegenheit diejenigen, die das versuchen, möglicherweise zu Recht, denn die dürfen es ja versuchen, aber es gibt beim Tango-Tanz nicht mehr zwei. Einer, der es macht und einer, der es mitmacht. Bleiben wir noch einmal bei dem Ansatz, es geht um Machterhalt der Eliten, was ja plausibel ist. Warum ist aus Sicht der Eliten ihre Macht gefährdet? Man könnte auch sagen, man lässt das marktwirtschaftliche System nach Jahrzehnte weiterlaufen. In der westlichen Welt herrscht der relativ Wohlstand. Die dritte Welt entwickelt sich, entwickelt Mittelstand. Das ist ja an sich eine positive Entwicklung. Und die Mächtigen sind auch jetzt schon mächtig. Wodurch ist die Macht gefährdet? Ich sehe halt auch da eine ganz große Sinnkrise des Westens im Hintergrund schimmern. Deswegen haben wir ja in den erfolgreichen Ländern am Golf oder in Südostasien eben diese Probleme nicht. Da gibt es ja das, was es bei uns im 19. Jahrhundert zum Beispiel noch gegeben hat, einen extremen wirtschaftlichen Aufbruch, verbunden mit einer monarchischen Staatsform. Nicht, dass ich da jetzt dafür plädiere, ich stelle das einfach nur fest. Und man hält also an Traditionen fest und stiftet da irgendwie Sinn. Und ich glaube, dass bei diesen Menschen, es geht ja auch um Menschen, die auch mit ihrer Zeit irgendwas anders anstellen könnten, da fehlt einfach, da bepaart sich eine sehr hohe Intelligenz mit einer ganz tiefen Sinnkrise. Und man hört ja da nicht ohne Grund auch von allen möglichen Kokain-Partys und sonst was. Missbrauch, das Missbrauch zeigt ja auch immer in diese Richtung. Und dieser Extremismus, man kann ja auch in die Geschichte zurückgehen, politischer Extremismus ging ja eigentlich immer von oben aus. Die Leute wollten immer mehr erreichen, die wollten, jemand, der viel Macht hatte, Napoleon oder so, wollte dann immer noch mehr Macht haben. und möglicherweise handelt es sich da auch um pervertierte menschliche Instinkte. Also das geht dann ins Psychologische rein und das macht das Ganze ja auch so gefährlich. Da fehlt irgendwie der Arzt, der aus der Kulisse springt und diese Leute zurückzerrt oder sowas. Und ich meine das gar nicht so polemisch, wie sich das eigentlich anhört, denn wir haben das ja, das ist ja in unserer Kultur, ist ja dieser Wachstumsgedanke, das ist auch okay. Aber jeder weiß, ich brauche nachts, wenn ich schlafen gehe, nur ein Bett. Das Haus mit den 13 Schlafzimmern nutzt mir gern. Ich habe mal gehört, der große Klimaschützer Al Gore, der hat irgendwie 15 riesige Villen. Was macht der eigentlich damit? Wenn er nur zwei hätte oder drei, wäre er dann unzufrieden oder sowas. Man kann sich das auch schwer vorstellen. Und wie gesagt, diese Sinnkrise des Westens, da würde ich sagen, da lässt sich vieles drauf zurückführen. Weil die Eliten eine Sinnkrise spüren. Genau, ja. Also Elite hat ja, wie gesagt, das Research-Tool des kleinen Mannes ist ja die Analogiebilder. Was können wir machen? Wir können keine teuren Studienauftrag geben oder wir können nicht ins Schlafzimmer von irgendwelchen reichen Leuten reingucken oder was die da reden oder so, das wissen wir alles gar nicht. Aber was wir machen können ist, wenn die Eliten im 19. Jahrhundert, die ja vergleichbare Sprünge nach vorn gemacht haben, also man muss sich das mal überlegen, von der Pferde- und Kutschen-Gesellschaft hin zu einer Eisenbahngesellschaft, sage ich jetzt mal. Was haben die Leute gemacht mit den dann erwirtschafteten Ressourcen? Die haben eine Infrastruktur gebaut, von der wir heute noch profitieren. Was machen heutige Eliten? Zum Teil wird ja Infrastruktur gebaut. Es entstehen überall moderne Flughäfen zum Beispiel. Aber es gibt eben auch dann die gegenläufige destruktive Tendenz. Flughäfen, ja, aber jetzt ist der ganze Pöbel da und will nach Mallorca oder so. Und dann kommt eben das Klimathema gerade gelegen, weil Mallorca ist dann einfach nicht eine tolle Insel, sondern es ist einfach ein Klimaproblem. Und da kann man das Thema so ein bisschen reduzieren. Und das ist ein Thema, das ist auch abendfüllend. Aber ich glaube, das zeigt quasi das Problem, was wir haben. Und deswegen haben es, wie gesagt, ja die Golfstaaten überhaupt nicht. Es gibt ja jetzt dieses fantastische Bauprojekt mitten in der Wüste. Da sagt sozusagen der Kronprinz von Saudi-Arabien, wir machen das jetzt. Also ein kilometerlanges Gebäude mitten in der Wüste. Und die Vordenker der grünen Revolution, wie zum Beispiel Paul Ehrlich, die haben ja ihr Leben lang vorhergesagt, dass dort die ganze Bevölkerung an Hunger stirbt. Und dass die Entwicklungsländer sich nicht weiterentwickeln, weil die Bevölkerung explodiert. Es gibt ja dieses Buch von der Bevölkerungsexplosion. Und genau das Gegenteil ist passiert. Wir haben die Krise, die Sinnkrise, die ökonomische Krise, die ökologische Krise. Und diese Länder, die prosperieren in einem Maße, dass europäische Studenten dorthin fahren, weil sie mal eine funktionierende U-Bahn sehen wollen. Ich würde ja diese Sinnkrise jetzt eher als Wohlstandsverwahrlosung im Neudeutschen bezeichnen. Egal, wie man es nennt, aber schon völlig rechtstimmig zu. Was wir vor allen Dingen zur Zeit haben, ist, dass der Gottersatzgeld in einer Geldwertkrise steckt. Das Geldsystem ist am Rande des Kollapses. Und Geld ist für viele Leute als Religionsersatz etabliert worden. Das heißt, wir haben nicht mehr die Werte, die uns über Jahrtausende gut durch die Zeit gebracht haben, sondern wir haben, wie das auch in der Zeit immer wieder gewesen ist, Geld als Gottersatz definiert. Und das Geld ist eben im Wert jetzt bestritten. Der Dollar ist bestritten. Das geht mittlerweile sogar durch die allgemeine Presselandschaft. Und was auch bestritten wird, ist der Wert des Geldes. Inflation ist ein Wort, was wir vor wenigen Jahren immer weniger in den Medien haben, was aber immer zunehmend kommt. Und das ist eigentlich das, was die Eliten fürchten. Denn wenn das, was sie an der Elitestellung gehalten hat, nämlich das Geld, dass sie am Hahn sind, den Geld an auf- oder zuzudehen, zuzuteilen, wer kriegt wie viel Geld, das hat ihre Machtstellung begründet. Und wenn dieser Gottersatz wegfällt oder bestritten wird oder unsolide wird, dann fürchten sie zu Recht auch um ihre Macht. Und das ist meines Erachtens der Hintergrund, warum sie zu immer drakonischeren Maßnahmen jetzt gehen, immer brachialer ihre Angst auch ausdrücken, indem sie eigentlich mit Kanonen auf Spatzen schießen, in den verschiedensten Bereichen, also Verbote machen, strafrechtliche Forderungen für Denkverbote oder für Denkgebote oder was auch immer. Das heißt, wir erleben einerseits eine Sinnkrise der globalen Eliten, dadurch eine Pervertierung und sie fürchten um ihre Macht, weil das Finanzsystem am Kollabieren ist. Kann man das so zusammenfassen? Ja, sie fürchten natürlich auch um ihre Macht, weil die nicht so globalen Eliten nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen. Und für einen westlichen Menschen ist das kaum intellektuell verarbeitbar, dass traditionalistische Gesellschaften, die, wie zum Beispiel, wenn ich mir mal an Brunei denke, dass die machen können, was sie wollen. Also wo es auch keine Diskussionen gibt, was den Wohlfahrtsstaat angeht, da wird einfach alles bezahlt. Und da wird mit brutalsmöglichen Mitteln Erdöl gefordert. Und diese ganzen Debatten, die wir haben, finden gar nicht statt. Und die Leute, denen ist das, also wenn Sie sich da die Klimakonferenzen angucken, die Plätze von diesen Delegierten, die sind meistens leer. Also man sieht da niemanden mit einem Turban rumlaufen. Und das ist das, was also westliche Eliten nur sehr schwer verarbeiten können. Dass sie als Museum angesehen werden, also das, was wir hier noch haben, Burgen, Schlösser, Wasserfälle und so weiter. Aber dass die technische Innovation zum Beispiel eben auch in solchen Gesellschaften stattfindet, neuerdings, die aber auf der anderen Seite so überhaupt nicht westlich sind. Und in unserer ganzen politischen Literatur ist ja genau das überhaupt nicht vorgesehen. Oder in unserem Bildungssystem werden ja ganz andere Werte vermittelt. Und das, denke ich, ist ein riesiges Problem. Also da können wir auch noch die Bildungsdebatte aufmachen, die uns ja auch verfolgt. Die berühmte österreichische Matura von 1900 ist sicher nicht das Gleiche wie das Abitur oder die Matura von heute. Die Frage, die sich für mich stellt in dem Zusammenhang, jetzt haben wir ein Netz von globalen Eliten, die Pläne verfolgen. Die haben ja Tausende, vielleicht Hunderttausende Handlanger von Regierungen angefangen bis zu den Klimaklebern. Und da unterstelle ich noch, die machen das wirklich aus Idealismus, die Klimakleber. Was muss in einem österreichischen oder deutschen Minister vorgehen, dass der das Geschäft dieser globalen Eliten vorantreibt? Hat er jeden Bezug zum eigenen Volk, zu den eigenen Leuten verloren, Ihrer Meinung nach? Sind Ihnen ein Dilemma? Wie interpretieren Sie das? Ich glaube schon, dass er den Bezug komplett verloren hat. Und diese Leute leben in einer Blase. Wie Herr Dr. Tuss gesagt hat, auf den Konferenzen, da gibt es dann die Delegierten oder die Ministerkonferenzen, und die würden ja ihr Gesicht verlieren. Also man muss da schon mitmachen, sonst kriegt man ja eine am Deckel von irgendjemandem. Und ich kenne das von früher, als ich im Bundeskanzleramt gearbeitet habe und bei den EU-Konferenzen dabei war, da gab es, ein Blick hat schon genügt, um hier Disziplin hervorzurufen oder ein blödes Wort vernehmen. Das hat dann einfach so unangenehm berührt. Also hat man versucht, das Ganze wieder auf Linie zu bringen. Der Druck kommt von einer ganz anderen Seite, nämlich von diesen Blasen, wo diese Leute sich bewegen. Denen sind die Österreicher oder Deutschen vollkommen egal. Interessant. Sollte das voranschreiten und sollte das Erfolg haben? Machen wir eine Gedankenreise ins Jahr 2040, 2050. Wie schaut unser Leben oder das Leben unserer Nachkommen dann in dieser Zeit aus? Nun, ich glaube, so weit vorausschauen kann noch keiner. Aber was wir schon sagen können, ist, wir stehen an einer Weggabel, ob wir entweder in Richtung mehr Freiheit, also mehr wieder individueller Freiheit, damit auch mehr Wohlstand für den Einzelnen, damit auch ein glücklicheres Leben für den Einzelnen gehen oder ob wir in ein diktatorischere Gefilde kommen, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg der Ostblock für sich entschieden hatte oder wie das für den Ostblock entschieden worden ist, mit, und da ist ja Fantasie, im Grunde keine Grenzen gesetzt, inwieweit man auch einen solchen Weg gehen kann. Denn dieser Weg ist ja auch 40 Jahre gegangen worden. Und insofern wäre das ja ungefähr jetzt auch der Zeitraum, der da geht. Aber was man schon festhalten kann, ist, dass die herrschenden Eliten so oder so abgelöst werden. Die Frage ist, ob sie vorher noch den Wohlstand der Bürger mit in den Abgrund reißen oder ob die Bürger sich rechtzeitig aufstehen, ihre hart erarbeiteten Wohlstand, und zwar über Jahrhunderte hart erarbeiteten Wohlstand, noch zu verteidigen bereit sind und die Eliten einfach selber absteigen lassen. Und das ist eigentlich meines Erachtens nur die Frage. Und die können wir eigentlich heute auch relativ einfach jeder Einzelne für sich beantworten. Denn worauf kommt es an? Es kommt nicht auf das Ersparte an in Geld und in Euro oder Dollar oder wo auch immer man das eigene Vermögen wertet, sondern es kommt darauf an, dass man mit sich etwas anfangen kann. Das heißt, dass man etwas weiß, dass man etwas Positives für andere Menschen bereitstellen kann. Wer dazu in der Lage ist, der wird immer einen Mehrwert schaffen, der wird immer Wohlstand schaffen. Was anderes ist Wohlstand nicht. Geld ist eigentlich nur wie Blut in einem Kreislauf, in einem menschlichen Kreislauf, das Hilfsmittel, dass Energie dahin gelenkt wird, wo es am dringend benötigt ist. Die herrschenden Eliten wollen es manipulieren. Das heißt, die wollen das Bein oder den Arm abklemmen, damit mehr in andere Gliedmaßen fließt. Aber wir sind dazu da, um diese Wege wieder aufzumachen. Und das können wir untereinander, können wir das wunderbar auch organisieren. Es heißt also, wir müssen uns nicht nur darauf besinnen, wer wir sind und in uns investieren, sondern wir müssen auch wieder mehr miteinander, am Ort miteinander arbeiten, wirtschaften und auch gemeinsam überlegen. Und nicht uns einfach nur spalten lassen, wie das durch diese Corona-Krise und so etwas gemacht worden ist. Einfach mal auch den Kopf einschalten, bevor man losrennt. Apropos Corona-Krise. Ich glaube, wir sind uns soweit einig, dass die Corona-Maßnahmen ja umgesetzt wurden, um die Ziele der globalen Eliten voranzutreiben. Wir erleben das jetzt wieder, aber auch die Corona-Diktatur ist letztendlich gescheitert. Der Impfzwang ist zurückgenommen worden, die persönlichen Freiheiten sind wieder zurückgekommen. Wie schätzen Sie das ein? Kann es? Und ich bin überzeugt, erfolgreich war dieser Dreiklang schon von politischen Parteien, die sich hier klar positioniert haben, Parlamentsparteien. Der Widerstand auf der Straße, beherzte Bürger, die zum ersten Mal in ihrem Leben bei einer Demo mitgemacht haben, weil es um die Freiheit gegangen ist, und alternative Medien. Dieses Dreigestirn hat uns die Freiheit erkämpft. Wie schätzen Sie das ein? Haben wir diese Chance? Auch bei den Klimadiktatur-Maßnahmen wird es auch hier wieder eine erfolgreiche Freiheits- oder Widerstandsbewegung geben? Ich glaube mal, die nächsten zehn Jahre werden es zeigen. Also ich gebe da keine Prognose jetzt ab, in der Form wie eine Wetterprognose. Aber ich denke, dass die nächsten zehn Jahre ganz entscheidend sind, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Ob man merkt, okay, diese ganze Klimadiskussion war doch ein bisschen übertrieben. Alles bewegt sich in den normalen Grenzen. Wetter, klimamäßig. Oder man peitscht es eben weiterhin so hoch, dass dann eine Diktatur daraus folgt. Will ich nicht hoffen. Beim besten Willen nicht. Aber eine Prognose möchte ich nicht abgeben. Die nächsten, ja, also bis 2030, 2035 in dem Dreh wird sich das zeigen, wie weit man dann auch einsieht, dass eine sogenannte Klimaneutralität, das heißt das Zurückfahren von CO2-Emissionen dann überhaupt funktioniert, wie weit das dann Früchte trägt. Ich glaube, es hängt von der persönlichen Betroffenheit ab. Weil während dieser Corona-Pandemie war es ja so, warum sind denn die Leute auf die Straße gegangen wegen der Impfpflicht. Weil hier ging es um ihren Körper. Und hier ging es darum, dass der Staat entschieden hätte, wenn du dir nicht diesen Experimentellen, dieses Impfmaterial in deinen Körper jagen lässt, dann bist du straffällig. Dann bist du ein Krimineller, ein Straftäter, der kein Recht hat, in diesem Land zu leben. Und die Mütter sind wegen ihrer Kinder auf die Straße gegangen, auch die Großeltern mit, weil die Kinder und so weiter. Und es war die persönliche Betroffenheit, davon bin ich überzeugt. Weil ich bin auch bei den Demos gewesen in Wien und ich habe Leute gesehen, wo ich nie gedacht hätte, dass die dort hingehen und diesen Widerstand leisten. Und es waren Massen am Ring jedes Mal. Und ich kann mir vorstellen, dass die Minister hier mit offenem Mund an ihren schönen Fenstern gestanden sind und darunter geschaut haben und gesagt haben, um Gottes Willen, was tut sich denn da ab? Die Zahlen wurden ja auch beschönigt. Das waren ja mehr, als offiziell hier verkündet wurde. Und wenn es bei dieser Klimageschichte jetzt auch eine persönliche Betroffenheit gibt, da bin ich ja gespannt, wie das geht. Wenn das wirklich weh tut, dann werden die Leute auf die Straße gehen. Alles, was wir da jetzt besprochen haben, das ist alles noch nebulos. Was der Herr Macron will und was die EU will und so weiter, na ja, das können sie ja gar nicht so machen. Das wird ja nie passieren. So denkt man. Man hofft es ja auch. Das haben die Leute bei der Impfpflicht auch gedacht. Das haben sie auch gesagt. Dann war sie da. Wo es vorher geheißen gehört, kommt nie. Und dann war sie plötzlich da. Also man wird sehen, je stärker die persönliche Betroffenheit ist, und ich glaube, das muss kommen, sonst gehen die Leute nicht in den Widerstand. Dann wird man diesen Leuten das Handwerk legen. Auch ich kann natürlich keine Prognose abgeben, aber ich würde mal so sagen, dass feststeht, dass es die Rolle der alternativen Medien, aber auch von so Instituten wie EIKE ist, den Leuten immer wieder zu sagen, was auf dem Spiel steht. Ja, denn das ist ja ökonomisch immer die Frage nach dem Preis. Und solche Gesellschaftsexperimente, die die Axt an die Wurzel der Wirtschaft oder der Landwirtschaft legen, die haben im Endeffekt zur Hungersnot geführt. Und wir haben in Europa auch in der Moderne, nach einer, wie gesagt, das 19. Jahrhundert als Zeitalter eines wahnsinnigen Aufschwungs, ist abgelöst worden von einem Zeitalter des Genozids, des Niedergangs, ganz schlimme Zeiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also es soll niemand sagen, dass ihn das nicht betrifft. Und das muss allen auch immer wieder klar gemacht werden. Und vor allem die jüngere Generation, die ja von diesen Tatsachen immer weniger erfährt. Und besonders bedrückend finde ich eben in dem Zusammenhang so Beispiele wie der Holodomone Ukraine oder die Ereignisse in Kambodscha damals, die völlig unbekannt sind, obwohl es eigentlich das Schlimmste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist das, was auf dem Spiel steht. Das muss uns allen klar sein. Also auch ein fortschrittliches, technisch fortgeschrittenes System wie unseres, mit verbrieften demokratischen Freiheiten, kann sich in einen freien Fall begeben. Und die Begründung könnte Klimapolitik sein. Das muss allen klar sein. Da haben wir alle unsere Rolle. Und deswegen sollten wir dieses Gespräch vielleicht irgendwann mal wieder fortsetzen. Also ich habe sehr große Hoffnung in die Bürger. Und ich vertraue da auch drauf, dass der Bürgerwille sich am Ende durchsetzen wird. Weil die Entwicklungen, die jetzt stattfinden werden, aus der Finanzindustrie kommend und den Rest eigentlich mit sich ziehend, die sind so deutlich, dass sie gar keiner übersehen kann. Und wir sehen jetzt schon, dass die unabhängigen Medien in einem Aufschwung sind, wie man sich das niemals in den kühnsten Träumen in der Propaganda hätte vorstellen können. Und jede Propaganda führt immer dazu, dass sie durchbrochen wird. Denn die Nachfrage nach pluralistischem Meinungsbild ist immer da. Und die wird immer stärker. Und es ist immer mehr aufgefallen, weil auch diejenigen, die beteiligt sind in diesem Propagandasystem, ja immer sich unwohler fühlen in ihrer Haut. Es sind immer mehr, die da eigentlich nicht mehr richtig mit teilhaben wollen. Und die Diskussionslage ist so schwach und so dünn geworden. Und die Repräsentanten, die das nach vorne tragen, ob das eine Annalena Baerbock ist oder ob das ein Herr Habeck ist, der als Wirtschaftsexperte, als Minister sogar von der stärksten Wirtschaftsnation Deutschlands nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Und erst recht niemals, auch nur ansatzweise mit am freien Markt großartig sein, seinen Lebensunterhalt verdienen musste. Und das betrifft eigentlich die Mehrheit der Abgeordneten mittlerweile. Das kriegen die Leute, das haben die Leute satt. Die Leute sehen eine andere Realität bei sich, als von denen diese Leute ausgehen. Das passt nicht mehr zusammen. Und wir unabhängigen Medienschaffenden sind diejenigen, die das wieder zusammenbringen. Die auch die Diskussionen bieten, die die Leute dringend auch in einer ARD, ZDF oder einem ORV, ORF sich wünschen. Und das machen wir. Und ich denke mal, deswegen habe ich große Hoffnung, dass sich was ändern wird, weil die Politik reagiert nur auf Druck. Und wenn die Bestechungen sind, niemals groß genug, um dem Druck der Straße standzuhalten. Und das ist eigentlich die Sache, die fast schon ein Garant dafür wird, dass sich da was positiv ändern könnte. Ja, liebe Gäste, das war schon eine schöne Schlussrunde, ein schönes Schlusswort. Unsere Sendezeit neigt sich für heute dem Ende zu. Ich danke Ihnen allen für die wirklich interessanten Beiträge, für die spannende Diskussion. Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuschauen. Bleiben Sie wachsam. Es geht um unsere Freiheit. Es geht um unsere Demokratie. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von der Lagebesprechung bei Auf1. Danke.